... viel für unsere politische Bildung, zum Beispiel machen wir ja Bildungsfahrten mit Schulklassen oder politisch Interessierten auch nach Berlin oder an andere historische Orte der deutsch-deutschen Geschichte. Und aus solchen Veranstaltungen können wir natürlich auch viel mitnehmen, was wir dann auch wieder an andere weitergeben können. Ich freue mich also persönlich auch auf spannende Impulse für mich, für uns und danke nochmal den Kooperationspartnern und den Förderern. Fördermittel bekommen wir unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Uni Bonn, der Theatergemeinde Bonn und dem demokratischen Salon werden wir eben anders unterstützt. Norbert Reichelt habe ich ja schon gedankt für die besondere Initiative für diese Veranstaltung, für die Organisation und auch die Moderation gleich. Und natürlich einen ganz herzlichen Dank auch an die Autorinnen, Referentinnen, Schauspielerinnen, die den Abend heute gestalten. Kerstin Stüssel, Ines Geipel, Petra Kalkutschke und Rolf Mautz. Vielen Dank, dass Sie den Abend heute mit uns gestalten. Ich wünsche einen anregenden Abend und freue mich selbst sehr darauf. Ja, danke Daniel für die einführenden Worte. Ich bin auch immer ganz gerne hier, muss ich sagen. Das ist hier im Gustav-Striesemann-Institut einfach eine sehr schöne Atmosphäre. Ich möchte jetzt noch etwas Kleines ergänzen. Dort hinten rechts, da sitzt von Bücher Barz in Bonn-Beul. Das ist mein Lieblingsbuchladen, direkt um die Ecke, möchte ich das so sagen, Frau Löffler. Und dort können Sie dann auch Bücher erwerben von Ines Geipel. Das Buch, um das es im Zentrum heute geht, Gesperrte Ablage, soll ja in diesem Jahr neu erscheinen. Das hat leider nicht geklappt. Sie haben das vielleicht ja auch alle mitbekommen, dass der gesamte Buchhandel unter Papiermangel leidet. Und ähnliche Dinge führen dann dazu, dass die Termine nicht immer zu halten sind. Ich merke das selber auch, wenn ich eine Rezension machen möchte und ein Buch bestelle, kann es mal ein halbes Jahr dauern, bis dann tatsächlich das Buch kommt und auch tatsächlich gedruckt ist. Es gibt vier Reste. Vier Restexemplare der Gesperrten Ablage sind da. Das ist ja schon mal was, aber es sind auch andere Bücher, unter anderem das in diesem Jahr neu erschienene Schöner Neuer Himmel, was auch viel mit dem Thema Macht über Geist und Körper, um das es heute geht, zu tun hat. Ich möchte vielleicht noch einen Satz dazu sagen, warum mir so eine Veranstaltung, wie wir sie hier machen, so wichtig ist. Und möchte da zitieren, was Markus Meckel am 3. Oktober 2022 im Brandenburger Dom sagte. Er sagte nämlich, dass bei aller Freude darüber, was am 3. Oktober 1990 geschah, auch ein Problem immer benannt werden muss, dass nämlich hier im tiefen Westen viele Leute den Eindruck haben, als wenn die deutsche Geschichte inzwischen 1948 und 1990 in einem größeren Teil dieses Landes gar nicht stattgefunden hätte. Und man redet nur über den Westen, immer nur der Westen, sodass man sich fragt, was ist dies? Und das Zweite, was immer fehlt, es gibt viele Autorinnen und Autoren und um die geht es heute, von denen kaum jemand etwas weiß. Und das ist eben das große Verdienst auch von Ines Geipel, dass sie mit Joachim Walter, der leider verstorben ist, die verschwiegende Bibliothek aufgebaut hat und das Archiv unterdrückter Literatur. Ich möchte jetzt dazu überlegen, dass ich vielleicht kurz vorstelle, wen Sie hier alles sehen und nicht nur heute sehen, sondern Sie werden das in den nächsten Tagen auch auf YouTube alles nochmal gucken können und natürlich weiterempfehlen. Das werde ich natürlich auch auf meiner Internetseite bekannt geben, wo der Link dann ist, sodass also das, was heute geschieht, dann auch nochmal nachverfolgt werden kann. Und ich darf Ihnen sagen, es wird sich lohnen, weil wir es methodisch mal ganz anders machen, als es hier ist. Und dass wir es ganz anders machen, wird das Verdienst sein von einer Schauspielerin und einem Schauspieler, die auch hier in Bonn sehr aktiv sind, Petra Kalkutschke, die auch eine Geschichte hat in der DDR. Sie ist 1961 in Lauchhammer in Brandenburg geboren und hat an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Ostberlin studiert und ist dann 1986 nach Westdeutschland gegangen und war dort unter anderem am Schauspiel Bonn Ensemble Mitglied. Wer vielleicht letztens den Film von Dominique Graf, Fabian oder der Gang vor die Hunde gesehen hat, der kann sie da sehen. Sie spielt nämlich die Mutter von Fabian in diesem Film. Rolf Mautz, ein bisschen älter, wenn ich das sagen darf, 1946 geboren und hat damit auch noch andere Dinge, die uns anderen vielleicht noch bevorstehen. Nein, die werden nie erreichen werden. Er ist nämlich, ich glaube, der einzige Schauspieler, der selbst als Bühnenfigur in einem für ihn geschriebenen Stück auftaucht, von Sibylle Berg. Herr Mautz wurde hier in Bonn in Oberhausen-Uhr aufgeführt und ist in Bonn wieder aufgenommen worden. Er hat mit Regisseuren wie Luc Bondy und Peter Stein gearbeitet, mit Bruno Gans, Ulrich Wildgrüber, Burkhard Klausner und war lange Zeit Ensemble Mitglied in Oberhausen und daher mit dem Intendanten Klaus Weise hier in Bonn. Seine Autobiografie hat er veröffentlicht inzwischen unter dem Titel Vor der Hacke ist es immer dunkel. Dann darf ich Kerstin Stüssel vorstellen. Wir haben ja schon einmal eine Veranstaltung gemeinsam gemacht, auch mit Ines Geipel, damals noch ausschließlich in unseren heimischen Gefilden saßen wir da alle an unseren Rechnern, Corona brav, und haben dann uns auf diese Weise miteinander unterhalten. Sie sind Bielefelderin und haben aber auch eine wechselvolle Geschichte zwischen Bonn und Dresden. Das sind die beiden Orte, in denen sie leben und ihr Spezialgebiet ist, dass sie am Institut für Germanistik vergleichende Literaturwissenschaften und Kulturwissenschaft der Rheinischen Friedrich-Willems-Universität in Bonn tätig sind und unter anderem eine Expertin für deutschsprachige Gegenwartsliteratur und so etwas wie eine Grenzgängerin zwischen Ost und West sind. Ich nenne ein Buch, das haben sie mit Johannes Lehmann herausgegeben, Gegenwartdenken, Diskurse, Medien und Praktiken und ihre Habilitationsschrift hatte einen ausgesprochen spannenden Titel, der mich an meine Vergangenheit erinnert und manchen anderen, wie der hier ist vielleicht auch, in Vertretung, Literarische Mitschriften von Bürokratie zwischen früher, Neuzeit und Gegenwart. Es gibt ein Interview im Demokratischen Salon unter dem Titel Gegenwartsliteratur. Die Hauptperson, wenn ich das so sagen darf, das sind Sie, Ines, Ines Geipel, in Dresden geboren, 1960. Sie haben in Jena Literaturwissenschaften studiert und sind 1989, ich glaube über die ungarische Grenze, österreichische Grenze, in die Bundesrepublik, dann hinterher in die Bundesrepublik geflüchtet. Sie sind Schriftstellerin, Publizisten und seit 2001 Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, sodass wir diese Hochschule heute zweimal würdigen dürfen. Mit Joachim Walter haben Sie das Archiv unterdrückter Literatur in der DDR aufgebaut, das in der Bundesstiftung Aufarbeitung zu finden ist und wie ich mir wünsche, vielleicht noch von vielen Studierenden, von WissenschaftlerInnen, Angehenden und schon längst Etablierten noch mal mehr ausgewertet wird. Sie haben in der verschwiegenen Bibliothek Texte von zehn AutorInnen veröffentlicht, die in der DDR übel schikaniert wurden, bis hin zu Folter und Tod. Sie haben eine wunderbare Biografie über Inge Müller geschrieben. Das Buch Die Welt ist eine Schachtel, das Buch Zensiert verschwiegen vergessen. Es dreht sich immer wieder um AutorInnen, die in der DDR eben nicht veröffentlichen konnten und deshalb auch in Vergessenheit bei vielen geraten sind. Lesenswert sind auch zeitkritische Bücher, da hinten sehen Sie die umkämpfte Zone und Generation Mauer und schöner neuer Himmel. Kann ich Ihnen alles sehr empfehlen zu lesen und vielleicht signieren Sie hinterher auch das eine oder andere, vielleicht nicht alle, aber das eine oder andere, sodass jeder auch eins mitnehmen kann. Dies ebenso zur Einführung, sodass Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Der Ablauf wird jetzt so sein, ich werde mich mit Kerstin Stüssel jetzt ein wenig darüber unterhalten, welche literaturwissenschaftlichen Kontexte wir haben. Mit Ines Geipel werde ich ein bisschen über die gesperrte Ablage reden und dann wird es eine zänische Lesung geben aus unveröffentlichten Texten in der DDR. Wir haben das Unterverschluss genannt. Die Texte hat Ines Geipel ausgesucht. Sie wird aber auch Texte aus gesperrter Ablage lesen und ich habe auch eine kleine Rolle dabei. Ich werde nämlich die Texte von Ulrich Mielke und die Stasi-Berichte von den verschiedenen informellen Mitarbeitern lesen. Das ist auch eine hübsche Aufgabe. Kerstin, fangen wir miteinander an. Welche Rolle spielen die Autorinnen, um die es heute geht, in der Literaturwissenschaft? Wenn du so direkt fragst, muss ich auch direkt antworten. Eine sehr, 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 sehr geringe Rolle. Natürlich wird in der Literaturwissenschaft und in den Buchwissenschaften über Zensur und Literaturpolitik gehandelt, aber diese Autorschaften, die Ines Geipel und Joachim Walter zum Reden gebracht haben, auf die Bühne gestellt haben, veröffentlicht haben, sind im Kanon dessen, was man DDR-Literatur nennt, letztlich nicht präsent. Wenn ich die Landschaft der Wissenschaft, der germanistischen Literaturwissenschaft richtig beobachte. Natürlich habe ich selber versucht, das ein bisschen zu ändern, aber in einem Seminar zu DDR- und Post-DDR-Literatur rückt das dann leider auch sehr an den Rand. Das muss ich ganz offen zugeben. Und es wäre wahrscheinlich ein Versuch wert, von Ihren Texten und ihren AutorInnen ausgehend die DDR-Literatur zu erschließen. Das ganze Korpus, wenn man so will, zu erschließen. Und das hängt natürlich an der Verbrechensgeschichte, an der Diktaturgeschichte, dass diese Texte gar keine Chance hatten und erst mit Ines Geipels Veröffentlichung überhaupt eine Chance haben, rezipiert zu werden und wahrgenommen zu werden. Worüber redet man denn an der Universität im germanistischen Seminar, wenn man über DDR-Literatur überhaupt redet? Wenn nicht über diese? Tendenziell würde ich behaupten, wir hatten im Sommer einen Workshop auch zu DDR-Literatur mit jüngeren Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und da war so ein basso continuo im Grunde die Überlegung, dass die DDR-Literatur eben auch mit wahnsinnigen übermenschlichen Versprechungen verbunden war. Und natürlich die DDR-Literatur eine sehr viel wichtigere und relevantere Rolle in der Gesellschaft gespielt hat, als das im Westen etwa der Fall war. Das gilt natürlich nicht nur für die DDR, sondern das hängt zusammen mit dem sowjetischen Imperialismus und mit dem sowjetischen Modell, dass der Literatur so viel zugetraut wird in beiden Bedeutungen des Wortes, also positiv wie negativ zugetraut wird. Also einerseits sozusagen die Implementierung des Sozialismus, die Verbesserung des Sozialismus auf dem Weg zum Kommunismus und andererseits wird ihr natürlich auch negativ zugetraut, disruptiv zu wirken, zerstörerisch zu wirken und das rechtfertigt dann aus der Position der Funktionäre diese unterdrückerischen Maßnahmen bis hin zur Verhaftung, Inhaftierung, Gefängnisexistenz der Autorinnen und Autoren. Ist ja im Grunde eine maßlose Überschätzung der Wirkung von Literatur. Ja, das kann man so sagen. Das geht ja auch so weit, das ist jetzt bei den jüngeren Wissenschaftlern Thema in Jena beispielsweise, dass also untersucht wird, wie schon sehr früh auch der literarische Nachwuchs gefördert wird und in Poetenseminaren und in bestimmten Anthologien und Zeitschriften gefördert wird, aber gleichzeitig natürlich auch massiv beobachtet wird und auf Abweichungen hin gescannt wird. Kann man das vielleicht auch auf die Literatur von anderen Ländern des postsovjetischen Raums beziehen, dass das ähnlich ist? Es gibt ja viele Dinge, da hatte ich den Eindruck, dass man in der DDR bestimmte Dinge über Polen oder auch über sowjetische Literatur dann kennenlernte, die man in der DDR erst gar nicht bekam. Ja, das ist natürlich sozusagen die innersozialistische Differenz oder die Differenzen, die da eine Rolle spielen, dass ab einer bestimmten Zeit polnische Literatur, ungarische Literatur freier erschien oder aus Sicht sozusagen auch kritischer Geister innovativer erschien als sozusagen die Texte, die ja auch in großer Zahl nach dem Modell des sozialistischen Realismus in der DDR erschienen sind und die vorsichtigen Abweichungen davon. Jetzt frage ich da zum Abschluss unseres Gesprächs mal ganz provokativ, wie sähe denn eine gesamtdeutsche Literaturgeschichtsschreibung aus? Oh, das ist ein großes Thema. Also natürlich müsste man die Verflechtungsgeschichte und nicht nur die innerdeutsche Verflechtungsgeschichte berücksichtigen. Man müsste die Verflechtungsgeschichte im Hinblick auf Sowjetimperialismus untersuchen und man müsste natürlich auch die internationalen Verflechtungen in der Bundesrepublik untersuchen, also in Richtung USA. Das hat ja auch hoch und weniger Hochzeiten gegeben, was also die Gegenwartsliteratur der 60er Jahre, der 50er Jahre angeht. Also da müsste man einfach das Feld nochmal sehr erweitern und dann wird es natürlich auch gleich unübersichtlich. Und man muss in die Archive gehen, so wie Frau Geipel das getan hat und wahrscheinlich noch mehr in die Archive gehen. Da sollten wir dann auch Studierende mal hinschicken. Ja. Für Master- und Doktorarbeiten und was auch immer. Ines, reden wir über gesperrte Ablage. Wie kam es denn dazu? Naja, vielleicht, also zunächst herzlichen Dank. Also ich möchte auch loben dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, Frau Greichel, für diese sehr sorgsame Vorbereitung auf der Veranstaltung. Ich habe mich sehr gefreut auf den Abend und merke, dass es mir immer noch irgendwie einen ziemlichen Stich gibt, wenn es jetzt heißt, Joachim Walter, ja, also er ist gestorben vor zwei Jahren und er war natürlich wichtig auch. Und das war eigentlich der Anfang. Ich würde sagen, 96 eine Herausgabe von mir zu Inge Müller. Es gab zu DDR-Zeiten Mitte der 80er Jahre einen kleinen Lyrik-Band beim Aufbauverlag. Und ja, wie man die Dinge so am Herzen trägt. Ich, geflohen, hatte diesen kleinen Band im Rucksack. Und dann Mitte der 90er Jahre, als ich dachte so, was waren denn jetzt hier eigentlich so meine Roots, was wird bleiben, was ist wichtig, auch für mein eigenes Leben, Ich bin zu Heiner Müller gefahren nach Berlin und der hatte nichts von Inge Müller. Interessiert ist sich ja auch nicht für Inge Müller. Das könnte jetzt eine lange Geschichte machen. Ich mache es ganz kurz. Also Inge Müller ist wirklich ein bisschen so das poetische Samenkorn für das ganze Projekt. Der Band kam dann 96. Heiner Müller starb am 31. Dezember 95. Auf einmal gab es plötzlich in den Bettkästen der Ostberliner Autoren doch Originale von Inge Müller. Also es war alles ziemlich abenteuerlich, was das künstlerische Material von Autorinnen und Autoren, Inge Müller hatte sich 66 bereits in Ostberlin, in Pankow umgebracht und das ganz klar als ein kulturpolitisches Zeichen auch verstanden. Ja. Und selbst Müller hatte es in der Kulturpolitik nicht zu geben. Also ihre Rezeption fiel aus, ging dann erst Mitte der 80er Jahre ein bisschen los. Also da haben wir schon eine zensierte Stimme und es wurde, da würde ich Frau Stößel nicht ganz recht geben, Frau Professor Stößel, Inge Müller ist in der Literaturgeschichte angekommen. Jetzt vor zwei Jahren auch Susanne Kerkhoff, die es auch lange nicht gegeben hat, wurde ein großer Erfolg. Also es gibt so einzelne Stimmen, die sich vorschälen können. Aber grundsätzlich ist es ein schwieriges Feld. Das hat viele, viele Gründe. Darüber können wir vielleicht auch im Gespräch danach noch uns verständigen. Aber Inge Müller kam 96. Es gab einen Heidenzoff um diesen Band, Aufbauverlag. Also es hat alles mit Aufarbeitung Osten zu tun, wollte plötzlich diesen Band nicht mehr und da spielte schon auch Herr Gysi eine Rolle. Und ja, und dann dachte ich, okay, wenn das alles so schwierig ist und die Inge Müller baumelt von da oben mit den Beinen und sagt sich, okay, die Dinge, die ihr nicht geklärt habt hier auf diesem irdischen Feld, die kriegt ihr richtig und zwar hart zurück. Der Band kam zwar mit Fifi-Streit, wurde aber sofort vom Feld genommen. Also dann habe ich gedacht, das lohnt sich, das muss man in Ruhe anschauen, gründlich, ohne diese ganzen Ideologismen. Jetzt muss man eben einfach ins Archiv gehen. Und mir war bei diesem Band in der Vorbereitung schon aufgefallen, Namen wie Susanne Kerkhoff, Eveline Kuffel, Jutta Petzold. Und sie müssen gar nicht, glaube ich, Kram im Kopf. Das war das Prinzip dieser Verbote, dass man genau diese Namen eben nicht kennen sollte. Und das hat viel mit Geheimdienst und Kulturpolitik zu tun gehabt. Und im Grunde dieses Feld, was wir dann später bearbeitet haben, ich bin dann zu Joachim Walter gegangen und habe ihn gebeten, ob wir das, also er hatte ja diesen großen, schweren Wackerstein DDR-Literatur und Staatssicherheit. Also diese Verzahnung, der hatte wirklich lange im Archiv auch gesessen, gestemmt. Und es hat praktisch, dieser Band hat ihn Schier als Autor auch vom Feld geschlagen. Also er ist selbst als Schriftsteller, hat es danach sehr schwer gehabt. Da gab es hanebüchene Auseinandersetzungen, die ich mich intensiv erinnern kann. Also auch wirklich große Namen, die ihn sehr, sehr attackiert haben, wie Christa Wolf für diese Arbeit. Kurzum, wir hatten das Gefühl, wir als Schriftstellerinnen stehen hier ein Stück weit in der Pflicht. Eigentlich hätten wir gedacht, dass es die Germanisten machen, aber es war nicht der Punkt. Und dann sind wir nicht nur in die Archive, um bei Franz Fühlmann oder Heiner Müller die Fremdnachlässe zu suchen, die Namen zu suchen, sondern wir haben viele Gespräche gemacht in Leipzig, in Berlin, in Jena. Also subversive Szenen, wer waren die Namen, welche Netze hat es gegeben. Und das hatte ein bisschen so einen Schneeball-Effekt. Also wir haben auch sehr, sehr viele Interviews gegeben in der Zeit, weil ja Autoren auch in den Westen gegangen sind. Aber es ist natürlich so, eine Diktatur, die Literatur und Sprache immer extrem behandelt. Und man sieht, diese Wasserscheide ist sehr, sehr klar. Also bestimmte Stoffe, bestimmte Ästhetiken, bestimmte politische Wege. Wir haben natürlich in dem Archiv, wir haben mittlerweile über 100 Autorinnen und Autoren gesammelt, mit sehr unterschiedlichen Vor- und Nachlässen. Aber die Wasserscheide sind natürlich die Stoffe. Also Armee, Wahlen, Psychiatrie, all solche Sachen hatten es schwer. Autorinnen und Autoren, die in den Gefängnissen gesessen haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Manchmal, weil sie die Jeans an hatten oder lange Haare. Manchmal, weil sie wirklich geschrieben haben. Und wir haben mit Autorinnen und Autoren gesprochen, die uns erzählt haben, wo sie ihre Texte versteckt haben. Drei Meter unter der Weide, im Garten oder auf dem Bahnhof, in einem Briefkasten da, in so einem, wie nennt man das? Schließfach. Ich danke Ihnen sehr herzlich, in einem Schließfach und so weiter und so fort. Also das war ziemlich abenteuerlich. Und so langsam entstand so ein Bild. Also man muss ja im Grunde ein Material suchen, wo sich Kulturpolitik, Partei und Staatssicherheit entschieden hatten, diese Autorinnen und Autoren soll es nicht geben. Die sollen keine Stimme bekommen, sie sollen nicht öffentlich werden. Und was uns natürlich, und wo wir wirklich oft still geworden sind, was sehr zusammenhängt. Also diese, ich nenne es die dritte Literatur des Ostens. Also es gab diese staatskonformen oder sehr staatsnahen, wie etwa Hermann Kant. Es gab die eher kritisch-loyalen, da würde ich Christa Wolf, Irmdraut Morgner, all diese doch sehr bekannten, auch im Westen bekannten Stimmen dazuzählen. Und eben diese dritte Literatur, die keinen Namen, diese andere Literatur, diese Literatur der Gegenworte, die unbenahmt bleiben sollten und es auch blieben. Und wenn dann meinetwegen eine Edeltraut Eckart mit 20 Jahren, 19 Jahren inhaftiert wird, mit 24 Jahren im Gefängnis oder im Haftkrankenhaus auf schlimmste Weise verreckt, in den 50er Jahren, dann ist es ein weiter Weg bis ins Jahr 2022 und einer vollgültigen Rezeption. Das kann man sich vorstellen. Also wir haben im Grunde gegen verschiedene Palisaden an Sprechen oder an Recherchieren, an Veröffentlichen müssen und es hat natürlich eben auch mit dem Zustand der Feuilletons heute zu tun. Ein Feuilletons-Chef sagt dann, wenn ich die nicht kenne, dann ist das auch keine Literatur. Mal ganz knapp gesagt. Also da gibt es mehrere Stufen der neuerlichen Verhinderung, auch nach 1989. Es ist nicht so, dass diese Autorinnen und Autoren 1989 an den Säulen der Großverlage gerüttelt haben und gesagt haben, wir haben hier gelitten und jetzt müssen sie uns veröffentlichen. Die waren natürlich schwer gezeichnet von diesen 40 Jahren oder wie lang auch immer. Diktaturzeit bei einigen, ist auch nach 1989, hat es harsche Brüche gegeben im Leben mit Suiziden, mit Psychiatrie und so weiter. Das erzählt im Grunde eigentlich knapp gesagt nur etwas, dass hier ein hochkarätiger Konflikt stattgefunden hat, der viel Lebenssubstanz gekostet hat und auch viel Ideensubstanz. Also es geht ja im Grunde auch um die Intellektualität des Ostens, die in den Riss der Geschichte gefallen ist. Also was wir präsentieren können, diese 100 Autorinnen und Autoren, kurz gesagt, Sie haben es gesagt, Herr Reichel, mit der zehnbändigen Ausgabe, die geschwerte Ablage, es wird immer ein Fragment bleiben, das müssen wir uns klar machen. Wir werden ja heute neun Autoren kennenlernen oder vielleicht kennt ein oder andere, die ein oder anderen davon. Es sollte ja ursprünglich eine Bibliothek in der verschwiegenen Bibliothek von 20 Bänden werden, es wurden dann nur zehn. Warum stoppte das? Naja, ich glaube, das sind dann eben, also vielleicht ein Satz davor, diese zehn Bände hat die Büchergilde Gutenberg gemacht. Die Büchergilde Gutenberg hat sich sehr stark gemacht in den 70er Jahren für die Exilliteratur und im Grunde das, was mit den ostdeutschen Autorinnen passiert, ist so sehr anders am Ende auch nicht. Also die Exilliteraten haben sich auch erst sehr spät, also Else Lasker-Schüler, Gertrud Kolmer, all diese Namen, die jetzt so zur Literatur gestiegen, gar nicht mehr wegzudenken sind, haben auch einen sehr langen Weg genommen, bis sie zu der Rezeption gefunden haben, die ihnen zusteht. Und deswegen sitze ich gar nicht so mit diesem Nein und das ist alles nicht möglich geworden. Wir müssen darum kämpfen, dass diese Stimmen da sind, dass wir sie endlich wahrnehmen. Und ich finde, das Kriterium für Literatur ist ja nicht immer Nobelpreis oder Weltliteratur. Manchmal ist es ein kleiner Band, den man für ein Leben lang mit sich schleppt, weil man sein Herz daran bindet. Also ich finde das immer sehr merkwürdig, was wir uns da immer so, ja, Kerbig kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Ich glaube und bin ganz sicher, dass diese Autorinnen und Autoren ihren Weg machen werden. Wir haben tolle junge Leute, meine Studierenden arbeiten gerade zur unveröffentlichten Literatur, sind total begeistert und es ist schwer. Es ist auch für heutige Autorinnen und Autoren nicht einfach, sich einen Namen zu machen. Und wenn eben der Markt so funktioniert, über Kim, Buchpreis, Horizont praktisch, das sind schon sehr schillernde Figuren, die jetzt sozusagen so einen Medienaufriss bekommen. Warum, das wird diesen Autorinnen in der Form nicht möglich sein, dann müssen wir andere Wege. Wir müssen mehr Esprit entwickeln, damit diese Stimmen da sind für uns. Also dass wir, ich glaube, da hängen so viele Fragen dran, dass man so sagt, ja, wird diese Literatur den Kahn und Kippen oder so. Ich finde, es geht nicht darum, es geht darum, dass sie da sind, dass sie da sein dürfen, dass wir sie wahrnehmen können. Und ja, wir haben eben mit zehn gestartet, die Büchergilde hat gedacht, ja, da gibt es gleich 30.000, 40.000 Exemplare, die verkauft werden. Es ist gar nicht so schlecht verkauft worden, aber der Verlag hat sich eben was anderes vorgestellt. Dann gibt es jetzt erst mal einen Unterbruch und dann starten wir eben neu. Geht nicht anders. Aber die Bücher sind alle erhältlich. Ich habe sie ja im Buchladen gekriegt. Manche muss man antiquarisch dann besorgen, aber man kriegt sie alle. Und da kann ich also nur anregen, dies zu tun. Und wir wollen ja noch eine Anthologie machen, wir beide. Ja, das haben wir uns das letzte Mal so ausgedacht. Das werden wir nächstens besprechen. Ja, dann schlage ich jetzt mal vor, dass wir mit unserer szenischen Lesung beginnen. Unter Verschluss. Rolf-Günter Kolkiewicz wurde am 19. November 1955 in Erfurt geboren. Ausbildung zum Elektronikfacharbeiter, Schauspielstudium, Schauspieler am Hans-Otto-Theater in Potsdam. 1942, 82 Austritt aus der SED, 1984 OV Bühne, im Juli 1984 Verhaftung. Urteil, ein Jahr und sechs Monate. Juli 1985, Abschiebung in die Bundesrepublik. Nach der Wende wieder tätig am Hans-Otto-Theater, 1997 bis 2004 als dessen Intendant. Er erkrankte an Parkinson und starb am 5. Oktober 2008 in Phuket in Thailand. Das Urteil wurde gesprochen, bevor Anklage erhoben worden war. Die inoffiziellen Schnüffler Ernst, Rudi und Maria Zimmer wurden in die Spur gesetzt. Am 5. Juli dann die heimliche Wohnungsdurchsuchung, bei der die Texte fotografiert, umgehend gelesen und bewertet wurden. Diskreditierung der Parteiführung, Herabwürdigung des Staatsapparates, Kritik an der planmäßigen Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, Verunglimpfung sozialistischer Kulturfunktionäre und Diffamierung des ersten Vorsitzenden des Staates. Drei Tage später wurde Ralf-Günter Kolkiewicz verhaftet, früh um halb zehn und dem Untersuchungsorgan zugeführt. Beim verhafteten Schock und die panische Angst, spurlos zu verschwinden. Es gelang ihm noch, ein Zettel an die Freundin zu schreiben. Liebe Sylvia, ich bin von der Stasi abgeholt. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Sei bitte da. 2. Juli 1984, IM-Auskunftsbericht. Erinnerung 1 An jenem Tag im Juli, als sie in der Tür standen, als sie ins Zimmer traten, als sie mich links und rechts, ein Dritter vorneweg, über den Hof führten, an Briefkästen vorbei, in ihr Auto zerrten, Ging da niemand um neun Uhr in der Früh durch die Stadt mit geöffneten Augen? Gabriele Stötzer-Kachold wurde am 14. April, wo ist das Jahr vergessen, in Ems Leben 1953, in M. Leben geboren. Ausbildung als MTA, Abendschule, Germanistik, Kunsterziehung an der PA Erfurt. Im November 1976, Beteiligung an der Unterschriftenaktion gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Observation durch das MFS, am 6. Januar 1977 Verhaftung, fünf Monate Untersuchungshaft, sieben Monate Gefängnis in Hoheneck. Erste Texte, Bewährung in der Produktion. 1980, private Kunstgalerie, Auftrittsverbote, Ordnungsstrafen, Veröffentlichung in Samistat-Zeitschriften wie Mikado und Ariadnefabrik. Im Herbst 1989, Gründung der Initiative Frauen für Veränderung. 1990, tätig im Erfurter Verein Kunsthaus, 2013, Bundesverdienstkreuz. Sie erfuhr den tiefen Fall aus der Ordnung und Begriff, wie in einer Diktatur auch der gutwillige Ansatz eines reformerischen Engagements gnadenlos kriminalisiert werden kann. Nicht nur die Freiheit wurde ihr genommen, sondern auch ihr Körper enteignet. Doch gerade dort, im Gefängnis, erlebte sie die Kraft der anderen inhaftierten Frauen und vor allen Dingen auch zunehmend ihre eigene. Sie hatte alles verloren und beschloss, nach der Haftentlassung konsequent mit dem Schreiben zu beginnen. Sie lehnte es ab, nach der Haft in die Bundesrepublik entlassen zu werden. Die Erfahrungen in Hoheneck prägten sie tief. Das Trauma war zunächst der Kern ihrer auf sie selbst bezogenen ersten Texte, leuchtete aber immer wieder auch in den späteren Texten auf und findet sich konzentriert in dem 1984 geschriebenen Das andere nur angetan. Es war ihr Gefängnisaufenthalt, der die künftige Autorin schuf. Sie befand sich allein in einem Rechteck von zweieinhalb mal dreieinhalb Metern. Das Fenster bestand aus zwei Parallelen, sich überschneidenden Mattglasflächen. Sie stellte sich darunter, um hinaus zu blicken, aber sie konnte in keiner Verrenkung den Himmel sehen. So hoch wie damals, habe ich nie mehr gedacht. Alles Kleine wurde aus einem rausgeschwemmt. Stasi-Chef Mielke, Juli 1972 Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt all jenen, von denen vielfältige Versuche ausgehen, die Linie und die Politik unserer Partei zu entstellen und zu verfälschen. Es darf auch in der Kunst kein Paktieren mit dem Gegner, mit gegnerischer Ideologie und Auffassungen zugelassen werden. Sie hatte gleich zu Anfang die Anstaltsordnung lesen und unterschreiben müssen, dass in der U-Haft weder gesungen, gerufen noch Kontakt mit anderen Inhaftierten aufgenommen werden durfte. Nachts musste der Kopf unbedeckt sein und die Hände hatten sichtbar auf der Zudecke zu liegen. Bei jedem Öffnen der Tür war es Pflicht, aufzustehen und sich zu melden. Ich versuchte, die Klopfzeichen der anderen zu entschlüsseln. Es musste irgendein Code sein, mit dem sie sich verständigten. Ich zählte jedes Klopfen, versah es mit einer Zahl und schrieb sie mit Malzkaffee auf die Tischplatte. Edeltraud Eckert wurde am 20. März 1930 im damaligen Hindenburg, vormals und auch heute wieder Sapsche, geboren. 1941 Umzug nach Litzmannstadt, Wuj. Flucht nach Brandenburg an der Havel, Mitglied der FDJ, Abitur, Immatrikulation an der PH der Humboldt-Universität Berlin. Mitglied einer Jugendlichen Widerstandsgruppe, Verhaftung am 10. Mai 1950, Urteil, 25 Jahre Arbeitslager. Haft in Bautzen und Waldheim. Juli 1953 bis März 1954, Erlaubnis, ihre Gedichte und Kompositionen in ein Heft zu übertragen. Tuberkulose 1954, Hoheneck, am 24. Januar 1955, Skalpierung bei einem Arbeitsunfall, keine medizinische Versorgung, Tod an Tetanus am 18. April 1955. Die 101 erhaltenen Gedichte von Edeltraud Eckert sind die Intensiv-Exposition für ihr späteres Werk, stehen aber auch exemplarisch für Maß, Kreativität und Eigensinn einer verhinderten Schreibgeneration junger Stimmen in der frühen DDR. Jeder Text setzte eine Gegenwelt, die eigene Sprache als Existenzbeweis. Üblicherweise erhielten die Häftlinge in den Zuchthäusern der frühen DDR kein einziges Stück Papier. Stattdessen memorierten sie ihre Texte während der Haftzeit im Kopf. Die gefangene Kopfsprache als ortlose Schrift. Im März 1954 wurde die inzwischen 24-Jährige Edeltraud Eckert in die Strafanstalt Hoheneck verlegt, in das größte und mit harten Regiment geführte Frauenzuchthaus der DDR. Schlechteste hygienische Bedingungen, stickige Enge in Schlafsälen mit 120 Gefangenen, sadistische Wärterinnen, harter Kommandoton, schwerste Arbeitsbedingungen für die Frauen. Strafvollzugsanstalt Waldheim, Sachsen, den 11. April 1951. Ihr Lieben, Dank für den Brief und Paket. Der Kuchen, ein heimlicher Wunsch. Entweder immer Mohn oder öfter Geburtstag. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich gehe hier durch eine harte, aber gute Schule. Deshalb wird das Leben später bewusster und noch schöner. Man muss wohl erst Abstand von sich selbst und den Dingen gewonnen haben, um bereit zu sein für das, was einem bestimmt ist. Macht euch also keine Sorgen, aber macht euch auch keinerlei Hoffnung, etwa auf meine Heimkehr. Ich glaube nur noch an das, was ich sehe. Rauchen werde ich nach wie vor. Damit müsst ihr euch schon abfinden. Eine Zigarette schadet nichts, gibt aber einen ganzen Tag Freude. Eine gute Idee, mir fünf Bücklinge und Zitronen zu schicken. Euch allen wünsche ich den frohen Mut, den ich selber habe. Wie immer ganz eure Traudel. Zuchthaus Waldheim, Anordnung für den Empfänger. Untersuchungs- und Strafgefangene dürfen innerhalb von vier Wochen einmal Post erhalten, die in deutlicher Blockschrift geschrieben sein muss und nicht mehr als 15 Zeilen umfassen darf. Fotos, Bilder und dergleichen sind nicht beizulegen. Bei Nichtbeachtung der Anordnung wird Post nicht ausgehändigt. Edeltraud Eckert, Zuchthaus Waldheim, Januar 1953. Ein Brief. Ein Brief. Ich weiß nicht viel von mir zu sagen. Nur, dass ich lebe, dass ich bin. Und alle Wünsche, die mich tragen, sind im Verzicht ein Neubeginn. Als ich euch damals lassen musste, war ich beinahe noch ein Kind, das nichts von all den Tiefen wusste, die oft ein buntes Trugbild sind. Die Menschen, die mich hier umgeben, stehen grell geschminkt im kalten Licht, das man das Schicksal nennt. Sie leben zumeist mit Masken vorm Gesicht. So stehe ich wartend unter vielen. Ich lache mit und bin nicht froh. Ich höre und sehe mich selber spielen. Mein Herz ist weit, ist anderswo. Jutta Petzold, Pseudonym Ruth Corduan, wurde am 22. Dezember 1933 in Berlin geboren. Nach 1945 häufiger Ortswechsel, Heimaufenthalte. Abitur 1953, Studium der Germanistik an der Humboldt-Universität Berlin. Abbruch des Studiums. Erste literarische Arbeiten, Heirat mit Eberhard Hilscher. Sie schließt sich dem Schriftstellerkreis um Arnold Zweig an. 1961, 62, misslungener Fluchtversuch, entgeht nur knapp einer Verhaftung. Observierung durch die Staatssicherheit, Arbeit an längeren Posatexten und Stücken, mehrfach Behandlung in einer psychiatrischen Klinik, Ende der literarischen Produktion. 1976 Scheidung. Sie lebt seitdem in einem Seniorenheim in Berlin-Buch. Als dem Schriftsteller Werner Kils im Herbst 1961 die Flucht in den Westen gelang, zerbrach die Künstlergruppe um Kils, Norbert Rando, Henrik Bereska, Eveline Kuffel, jenes womöglich lebenserhaltende Kreativnetz für Jutta Petzold. Nur Wochen später existierte auch ein Fluchtplan für sie von West-Berlin aus durch Ingeborg Bachmann und Sebastian Hafner vorbereitet. Doch der sorgsam vorbereitete Versuch missglückte. Nur um Jahresbreite entkam Jutta Petzold der Verhaftung. Ein Fehlschlag im Realen, den sie durch eine Flucht in den Text aufzufangen versuchte. 1964-65 arbeitete Jutta Petzold schließlich an einer etwa 100-seitigen Prosa, die mit den Mitteln der Selbstvertextung einen literarischen Suizid erzählt. Die Verfolgung, eine Krankengeschichte, berichtet vom Tag des Mauerbaus von Ost-Berlin am 13. August 1961. Eine Frau beobachtet jede Menge Militärautos, hört Stimmen und laute Kommandos. Sie sieht Polizisten, die Straße entlang kommen, die Leute anhalten. Endpunkt der Erzählung ist die Aufnahme der Frau in die Psychiatrie. Ein Übergang, denkt sie ein weiteres Mal. Doch zwischen der Normalität der Psychiatrie und der Unnormalität der Welt, in der sie lebt, gibt es keinen Unterschied mehr. Die Struktur der Prosa wird solipsistisch. Der Zugriff total. Gepelltes Laub, Kirchgenick, Solmitur, versuch's nur, Claudia Wojtek, Rückfall, Sormatik, Mesodratik, Musku, Josamt, verfremdeter Effekt, Stanislaus, Merovings-Ting, Lapis-Zula, Totrem-Toc-Vi, Hallum. Ich kenne deine stille, hoffnungslos verlorene Welt. Eveline Kuffel. Wurde am 13. Januar 1935 in Hennigsdorf geboren. Entlassung des Vaters aus dem Stahlwerk wegen öffentlicher Kritik an der Parteiführung der SED. Flucht des Vaters nach West-Berlin. Bunt-Metall-Schiebereien des Bruders, den Eveline Kuffel zweimal begleitete. 1951 Inhaftierung, Einweisung in einen Jugendwerkhof. 1953 Verurteilung wegen Wirtschaftsverfehlung, Lehre als Kartografin, Abbruch der Lehre, Arbeit als Bürohilfskraft. Immatrikulation an der Kunsthochschule Weißensee, Fachrichtung Plastik. 1958 Relegation, Arbeit in einer Lackiererei als Kassiererin. 1960 Diplom. Heirat mit Thomas Heidolf, Geburt des Sohnes Simon, Scheidung. Verlust des Sohnes. 1964 Texte, Porträtzeichnungen, Arbeit als Kellnerin. 1971 Unterzungen, Speichelkrebs. Tod am 15. Januar 1978 bei einem Schwelbrand. Sicherlich war es Eveline Kuffels poetisches Realitätsprinzip, dass die Veröffentlichung ihre Texte in der DDR unmöglich machte, aber auch ihre unmissverständliche Lebenspolitik. Am 16. November 1967 eröffnete die Volkspolizei Prenzlauer Berg, Abteilung K unter der Registriernummer B 417-67 wegen des Verdachts der staatsgefährdenden Propaganda und Hetze sowie vermutlicher Verbindung zu verbrecherischen Organisationen oder Dienststellen die Kriminalakte Poeten gegen sie. Die über sie angelegte Akte gibt Auskunft über ihre unzweideutige politische Haltung, enthält Hinweise auf verlorengegangenen literarische Versuche sowie über ihre Lebenssituationen. Eveline Kuffel dürfte ab Mitte der 60er Jahre keinerlei Illusionen mehr darüber gehabt haben, was sie als selbstständige Künstlerin in der DDR erwartete. 5. Juni 1968 IM Auskunftsbericht Die Wohnung der Kuffel ist kaum eingerichtet. Meistens ist sie mit Hosen bekleidet. Sie wurde schon dabei beobachtet, dass sie in einer Gaststätte bei einem Glas Bier arbeitet. Kuffel raucht viel, meist real. Die genannte steht in dringendem Verdacht der Herstellung schriftlicher Hetze und der Verbreitung derselben im westlichen Ausland. Verletzte Rechtsgrundlage, Verdacht gemäß § 19 des StGB. Zigeunerlied Weißt du, Mädchen, was Liebe ist? Dich liebt nicht der, der dich küsst. Nicht der, der dir treuisch wird. Nicht der, der damals höflich deine Tasche trug. Dich liebt der, der deinen Eimer gefüllt mit Dünnschiss. Kotze und Pisse ohne Zaudern in die dreckige Außentoilette kippt und die noch säubert. Er ist der, der, wenn du hungrig bist, ein Stück aus seiner Lände schneidet, es brät und lächelnd schaut, wie es dir schmeckt. Nicht der, der dich küsst, Mädchen, nicht der, der damals deine Tasche trug. Nicht der, der dir treuisch wird. Und der, der, der deinen Dreck aufs Scheißhaus trug, ohne Zaudern. Der nahm dir die blöde Scham. Der ist das Mädchen, der dich liebt. Stasi-Chef Erich Mielke, Juli 1972. Wir müssen grundsätzlich sehen, dass sich der ideologische Klärungsprozess unter Künstlern und Kulturschaffenden sehr differenziert vollzieht. In diesem Klärungsprozess scheidet sich in gewissem Maße die Spreu vom Weizen. Jutta Petzold Am Tag zu schreiben und nachts zu bleiben Fapis Morun Kandis, was tun? Verlier den Otto, dein kleines Otto Umgib mit Schleiern die Sonderfeiern Miss Corvita, o Dulada Sie bürs konu falu kitu Miss Orbit ritt, o Wegzog zit Vergiss den Wald, dort ist es kalt Umgib mit Mauern das stetige Trauern Verlier den Kram, der mit dir kam Gabriele Stötzer Dieses Niederfallen, zu Boden gehen Diese dunklen Felder meiner Biografie Ich wollte an die Kunst glauben als außerstaatliche Lebensqualität Radio Monk wurde am 17. Januar 1959 als Christian Heckel geboren in Sachsen, in Hainichen Ausbildung zum Facharbeiter für Holztechnik und Dekorationsbau an den städtischen Bühnen Karl-Marx-Stadt Theatertechniker 1976 erste Texte Dann NVA, Zimmermann, Desinfekteur, Förtner, Hausmeister, Museumsassistent Ab 1979 Überwachung, OV, Joker 1983 Verdacht auf Republikflucht Das MFS verhindert das Studium am Institut für Literatur Johannes R. Becher in Leipzig Ab 1988 freier Autor, seit 1990 Künstlername Radio Monk Reisen, Veröffentlichung, Filmexperimente, Installationen, Klangskulpturen in enger Zusammenarbeit mit seiner Ehefrau Edith Thar Die Hineingeborenen empfanden ihr Dasein im Mauerstaat mit wachsender Alter nicht selten als staatsbürgerliche Zwangsmitgliedschaft Die frühen 80er waren in der DDR die Jahre, in denen viele der kreativen Jungen wie Christian Heckel ihre eigene Kultur betrieben Unter dem Dach der Kirche, in selbstvervielfältigten Zeitschriften in kleinen Zirkeln, gleichgesinnter und gleichfrustrierter Allein das Aussteigen, das ja kein aktiver Widerstand war galt schon als feindlich negativ Der erste Hieb ereilte den jungen Dichter als er sich im Jahr 1983 nach Ungarn aufmachte und aus dem Zug heraus von DDR-Grenzern auf tschechischer Seite verhaftet wurde Man unterstellte ihm Fluchtabsichten und begann die berüchtigten Dauerverhöre mit Drohungen und Verlockungen Als er nicht gestand, was er nicht geplant hatte stand er zurückgeschickt nach Hause frühmorgens auf dem Bahnhof in Bad Schandau und sah die Welt, in die er hineingeboren worden war Ich bin gut Ich bin böse Ich bin das Gute überhaupt Ich bin das Böse überhaupt Ich bin das wirklich Gute Ich bin das wirklich Böse Ich bin das absolut Gute Ich bin das absolut Böse Ich bin gütig Ich bin abweisend Ich bin großzügig Ich bin kleinlich Ich bin geduldig Ich bin zwanghaft Ich bin tolerant Ich bin selbstsüchtig Ich bin zärtlich Ich bin brutal Ich bin warm Ich bin kalt Ich munter auf Ich mache mies Ich bin wie die Liebe Ich bin wie der Hass Ich bin der Gipfel Ich bin der Abgrund Ich esse und trinke Ich hungere und durste Ich atme und küsse Ich ersticke und beiße Ich erwecke Ich vollstrecke Ich will dich anschauen Ich will dich durchschauen Ich will dich fühlen Ich will dich verführen Ich will dich befreien Ich will dich besitzen Jutta Petzold Oft, wenn sie die Dicke der Mauern betrachtete, dachte sie, das kann doch nicht wahr sein Später erzählten ihr andere Gefangene, dass die Behaarung durch ein spezielles Mittel hervorgerufen würde, das dem Gefangenenkaffee zugesetzt sei Sie nannten es Hengulin Das Wasser fließt, die Wolken ziehen, der Wind weht Das Licht leuchtet, die Leiber pulsen, die Bäume grünen, die Kinder spielen, die Ärzte heilen, weinen und eilen Thomas Körner wurde am 3. November 1942 in Breslau geboren 1945 Flucht nach Sachsen Aufgewachsen bei Dresden Studium in Berlin Drei Semester Medizin Acht Semester Jura Experimentelle Gedichte Stücke Prosa Arbeit als Krankenpfleger Fensterputzer Richterassistent und als Librettist für Paul Dessau Seit 1970 Arbeit am neunteiligen Fragmentroman Das Land aller Übel 1980 Flucht in die Bundesrepublik Bis 1988 Dramaturg am Deutschen Schauspielhaus Hamburg Seit dieser Zeit tätig als Übersetzer, Bearbeiter, Autor für das Musiktheater, als Librettist und Dramaturg Von seinem Fragmentroman wurde ein Teil mit dem Titel Das Grab des Novales Dramatisierter Essay im Jahr 2007 in die verschwiegende Bibliothek veröffentlicht Körners Fragmentroman Das Land aller Übel ist das lange und auch gründlich geplante und über Jahrzehnte konsequent ausgeführte Projekt in das Innere einer Weltanschauung vorzustoßen, die das 20. Jahrhundert wesentlich geprägt hat Diesen glühenden Kern, der über Jahrzehnte das Leben von Millionen Menschen beherrscht und epochale Illusionen und gigantische Verbrechen hervorgebracht hat mit allen Mitteln der Kunst aufzubrechen und in seine Teile zu zerlegen war das erklärte Anliegen des Autors Der Gegenstand ist ernst, zu ernst, als dass er ohne satirischen Zugriff zu bewältigen wäre und so sieht man hinter dem klar strukturierten Konzept dieser literarischen Generalinventur eine heillosen Heilsversprechung die Konturen von Petronius, Rabelais oder auch Grimmelshausen Thomas Körner, zwei Porträts, eine Stimme Hm, ja Warum? Ach, du Und ich? Dachte einer Von ihnen Leidest du? Neuerdings Na Ich bin froh Dass ich dich getroffen habe Ich muss Mit dir reden Es geht um Die Schichtauslastung Bei uns Junge Das ist ein Ding Die machen uns Schwierigkeiten Mensch Ich Sage Dir Probleme Lauter Probleme Das wird Allerhöchste Eisenbahn Dass da mal von oben runter einer ein Machtwort spricht Ich weiß nicht Harry, aber Wir Haben Nun Die neuen Schlitten Oder Nicht Wir haben sie Und jetzt Stehen Sie Acht Stunden Ja Bitte Hier Sind sie Konkret Ausgearbeitet Hieb und stichfest Aber Wer Weiß Welches Ist Ist Dann gib her Da Siehst du Da Onkel Harry Richtig Täglich Und länger Was sagst du Aber Das ist nicht möglich Es ist So Und Ich Sage Keine 60 Prozent Also Das ist Unerklärlich Es wurde Lang Und breit Darüber Geredet Ja Und es kamen Vernünftige Vorschläge Von uns Gedacht Nein Es geht Ja Nicht mehr Du musst Selbst Nein Besser du Geh Zu Quack Damit Damit Sie fragte sich Ob Krieg Und Knast Das gleiche Seien Weil man In beides Ging Um Für etwas Zu kämpfen Und wenn man Zurück Kam War Einem Die Schuld In den Körper Hinein Gewachsen Über die man Nie richtig Würde Reden Können Die man Nie Wieder Los Wurde Günter Ullmann Wurde am 4. August 1946 In Greiz Geboren Abitur Und Facharbeiter Brief Als Maurer In Gera Er Gründete 1965 Die Band Yellow Birds Er Hielt Sofort Auftritts Verbot Wegen Sozialist Sozialismusfremden Englischen Gesangs 1965 Bekanntschaft Mit Ibrahim Böhme Komponist Text Maler Dienst In der NVA 1968 Verhaftung Wegen Solidaritätsbekundung Mit dem Prager Frühling Heirat Studium Am Institut Für Literatur Johannes R. Becher wurde abgelehnt 1977 massive Verhöre Durch die Staatssicherheit Wegen Protestschreiben zur Ausbürgerung Biermanns und Kunzes Suizidversuche Psychiatrische Behandlung 1990 Arbeit im Kulturamt und dem Heimatmuseum Greiz 2004 Ehrung durch die Deutsche Schiller Stiftung Weimar Er Er starb Am 9 Mai 2009 in Greiz 1965 war auch Manfred später Ibrahim Böhmer nach Greiz gekommen und wurde über Nacht zum Motor des Kulturlebens der Stadt Ein Mann der großen Inszenierung Durch ihn wurden die Diskussionen im Kreis intensiver die Texte welthaltiger die Nächte kürzer Tolstoi und Dostoevsky Salchini Zinn und Freud Religion und Utopie Kafka und Rilke seine Idee von der Palastrevolution dann das Jahr 68 ein Protest für den Günter Uhlmann für Stunden vom Tanzsaal weg verhaftet wurde der umtriebige Ibrahim Böhme bald Kreissekretär des Kulturbundes später Komet an der Spitze der Ost-SPD und fast erster deutscher ostdeutscher Entschuldigung fast erster ostdeutscher Ministerpräsident nach 89 kommunizierte inspirierte organisierte zelebrierte förderte jede seiner Veranstaltungen geriet ihn zum Spektakel lokale Parteigrößen spielte er mit erfundenen Lenin-Zitaten an die Wand Bei Rainer Kunze ging er ein und aus Er brachte die Wachen und Aufsässigen der Stadt zusammen um sie im selben Atemzug zu bespitzeln und zu verraten Günter Uhlmann der davon ausgehen musste dass der Geheimdienst sein Innerstes kannte begann damit aus Zeitungen Gesichter auszuschneiden die den seiner Freunde ähnelten für ihn ein Menetekel des Verrats er zerschnitt im Keller seines Hauses Drähte für ihn Abhöreinrichtungen und er ließ sich alle Zähne ziehen für ihn waren es implantierte Wanzen Jahre sind Staub jeder Tag ist ein Messer am Kind 7. März 1976 durch den IM Paul Bonkarts wurde bekannt dass Uhlmann Verhaltensweisen zeigt die vergleichbar sind mit einem Verfolgungswahn durch die Stasi eine Selbstüberschätzung seiner literarischen Fähigkeiten und einem ungesunden Misstrauen gegenüber Freunden und Bekannten 30. Oktober 1979 zu erreichen ist die psychische Destabilisierung der feindlich negativen Person Uhlmann Ziel der Zersetzung ist Zersplitterung Lähmung Desorganisierung 15. Dezember 1989 der feindlich negative Stützpunkt ist liquidiert Kindheit die Brotsuppe auf dem Tisch die Kirschen hinterm Zaun die Welt ist ein Fisch das Herz ein Clown Hinterhof der Winter bleibt klein die Sonne hat vier Ecken Gabriele Stötzer die Anstalts Kleidung ein graues Kostüm drei graue Blusen einen grauen Pullover einen grauen Kleiderrock ein paar Schuhe fünfmal Unterwäsche zwei BH einen Strumpf Haltergürtel Strümpfe zwei Nachthemden Für Herbst und Winter gab es einen dicken grauen Mantel ein paar graue Handschuhe einen grauen Schal und ein graues Kopftuch Rote Striche auf der weißen Haut Löcher in Armen und Brüsten zernarbte Bäuche das Schlucken von Löffeln durch die Scheibe gehen die Versuche sich die Adern aufzuschneiden wurden Schnippeln genannt aus Stasi Schulungsmaterial bewährte Mittel und Methoden der Zersetzung sind Telefonanrufe kompromittierende Fotos zum Beispiel von stattgefundenen oder vorgetäuschten Begegnungen die gezielte Verbreitung von Gerüchten gezielte Indiskretionen systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge Erzeugung von Zweifeln an der persönlichen Perspektive Vorladung von Personen zu staatlichen Dienststellen oder gesellschaftlichen Organisationen mit glaubhafter oder unglaubhafter Begründung Jutta Petzold Entrümpeler Entrümpeler Rücken in Oelsnitz geboren Vater NVA Offizier viele Umzüge Abitur Facharbeiterlehre für Wasserbau Studium für Bauwesen in Dresden 1967 bis 1970 Studium am Institut für Literatur Johannes R. Becher Begegnung mit Gerd Neumann Geburt des Sohnes Hürden 1970 Exmatrikulation wegen provokatorischer Ansichten zur Literatur Arbeit als Stanzerin Korrektorin in der Blindenbücherei in Leipzig Zirkelleiterin der schreibenden Pioniere im Haus der jungen Pioniere 1977 die einzige Veröffentlichung Ach, ich zog den blauen Anzug an Späte Mitarbeit an der Samistat Zeitschrift Anschlag 1987 Lesereise mit Gerd Neumann in die Bundesrepublik Rückkehr in die DDR alleine Herbst 1989 Begegnung mit Ibrahim Böhme 1991 Scheidung Nach Offenlegung der Stasi-Vergangenheit Ibrahim Böhmes Einlieferung in die Psychiatrie Ab 1991 Unterricht von kreativem Schreiben Sie starb am 23. November 1993 in Leipzig Heidemarie Hertel fand durch die 20 Jahre dauernde intensive ja symbiotische Bindung an Gerd Neumann zu ihrer Literatur und zu einer klaren Haltung Schreiben und Liebe als ein intimer Rückzugsraum als Enklave im empfundenen Nichts als Experiment in gelebter Zweiheit Ihnen beiden war alles Literatur das Schreiben existenziell die langen Gespräche über ein gemeinsames tragfähiges Schreibkonzept ihren Wahrheitsdialog wie sie das nannten das Hereinholen der Weltliteratur und der Moderne in das karge Sprachterritorium DDR das Etablieren der Poesie als Überlebensraum das Anknüpfen an die gekappten Traditionen autonomen und sprachkritischen Schreibens vor den beiden deutschen Diktaturen die Verteidigung ihres Denkens und Schreibens ihre sich immer klarer konturierenden eigenständigen Sprache auch ihrer Liebe ihres gemeinsamen Kindes gegen die vielfältigen Nachstellungen des gewalttätigen Staates ihr Credo die poetische Würde des Lebens eine Poetik des Widerstandes gegen die wie sie es selber nannten Diktatur der sogenannten schwarzen Wörter also von Wörtern wie Observation Ideologie Macht Zensur 21. Januar 1975 IM Auskunftsbericht Die Verunsicherung der Verdächtigen Hertel zeigt sich auch im Zusammenhang mit einer Maßnahme unserer Diensteinheit in ihrem Wohnobjekt Dazu wurden alle Bewohner des Hauses unter einer Legende außerhalb des Objektes gebunden Zu einer Dekonspiration der Maßnahme kam es nicht Die Verdächtigte stellte jedoch Mutmaßungen darüber an ob die Häufung bestimmter Geschehnisse an diesem Tag Zufall war oder nicht Heidemarie Hertel Die Form des Tages gibt zu wenig her Ich verlange Transzendenz Ich bin nicht inspiriert Ich trinke Kaffee und hoffe Das ist es Ich muss nachdenken Ich brauche Zeit 30. März 1976 IM Auskunftsbericht Inoffiziell wurde bekannt dass die Hertel geheime Lesungen organisiert und durchführt Wo finden diese Lesungen statt Wer nimmt daran teil Welchen Inhalt haben sie Wer hat Kenntnis davon Wo kann Beweismaterial liegen Welche IMs sind da um Beziehungen zur Hertel aufzubauen Heidemarie Hertel Sie fasste alle Empfindungen des Tages zusammen Eine gelbbraune Sonne Ein Lüftchen Ein Gesprächsfetzen Mehr wünscht man sich doch nicht Menschen mit Wimpern und gewölbten Fingernägeln mit Haut wie der eigenen Menschen die in der Lage sind das zu sehen die Härchen auf den Armen zum Beispiel 12. Dezember 1969 Gutachten des Leipziger Literatur Instituts Johannes R. Becher Die Prosa der Hertel ist mit der Kulturpolitik der DDR nicht zu vereinbaren und von einer agnostizistisch ideologisch ästhetischen Position geprägt Ihr Schreiben verfälscht den Menschen ist einschichtig undifferenziert und nicht entwicklungsfähig Ralf Günter Kolkiewicz Mein Taubentraum Das ist Karl Karl schweigt seit zehn Jahren ungefähr Manchmal in der Nacht spricht er im Schlaf Da erwache ich sofort Ich bin gleich hellwach Aber ich verstehe nichts Er murmelt nur undeutlich immer auf derselben Stelle ein Kissen hinterm Hintern geht nicht aus dem Haus steht um sechs Uhr in der Früh auf raucht eine trinkt Kaffee um acht ein Marmeladenbrot und noch einen Top und noch einen Top Kaffee die nächste Zigarette Um halb zwölf will er Mittag Einmal habe ich einfach nichts gekocht Wollt sehen was er tut wie er reagiert Vielleicht sagt er ja was Nein Er hat den Aschenbecher nach mir geworfen Den vollen Oft sieht er mich tagelang nicht mal an Das ist Terror Schweigen und nicht ansehen Zum Mittag halb zwölf will er sein Bier Nach dem Essen raucht Kahl Dann machen wir den Fernseher an wenn was kommt Meisten kommt ja nichts Feiertags und Sonntags kommen immer die alten Filme Die haben wir beide gern Abendbrot um halb sechs Dann noch zwei Zigaretten Das ist alles So leben wir Und so sterben wir wenn es an der Zeit ist Die Luft wird dünn Die ersten Jahre liegen hinter uns dachten wir Die Ernsten Nun kommen die Heiteren Ja Die Kinder sind aus dem Haus Er hat sich drauf gefreut hat immer geschwärmt alt zu werden mit mir Das ist nicht so leicht wie es aussieht Alte Bilder sieht er sich noch immer gern an Manchmal sehr sehr lang Er sitzt und hält sie und ganz langsam Zuerst bemerkt man es kaum beginnt die Hand die das Foto hält zu zittern Am Ende so heftig dass er das Bild weglegt Er hält mir die Hand hin Ich denke ich soll sie streicheln Doch er will ein Taschentuch um sich die Augen zu wischen Obwohl ich mich dann meistens ärgere dass ich den alten Schafskopf immer bedienen soll weine ich jedes Mal mit Ich habe ihn oft gefragt was ihm durch den Kopf geht beim Fotoschauen Ja Fragen kann ich ihn schon Ich bekomme nur nie eine Antwort Nicht wahr Carly Hat große Kinder große Enkel die manches gern besprechen würden mit ihrem Vater und Großvater bevor es denn nicht mehr gibt weil er 75 wird kommenden Dezember und bald sterben könnt in dem Alter Hast du mal darüber nachgedacht Du mit deinem Eselskopf Der Enkel fragt nach deinen Ideen warum sie zugrunde gehen Da ist dein Schweigen mit einem Mal klug Kommst nämlich um ehrliche Antworten herum die du verabscheust wie der Papst das Bordell Was hättest denn dem gesagt dem Enkel Hab's für dich getan Ich hätt geschrien an deiner Stelle Hätt ich die Antworten gehört die ich dem Enkel gab Dass das nicht deine Ideen waren denen du nachgelaufen bist dein Leben lang Dass dein Leben ein einziger Irrtum war Und dass du nur deshalb schweigst um das nicht zugeben zu müssen Und was ich dem Enkel nicht sagen wollte dir sag ich's jetzt Da dein Weg auch meiner ist Deine Irrtumer auch meine Dass ich gern mit dir darüber reden würde Ich bin eine alte Frau Ich darf das erzählen Dass Karl mal ein Wilder war Er wollte gleich am ersten Abend Hat mir immer am Kleid genestelt Aber ich wollte tanzen Er kam frisch von irgendeiner Schulung War ganz ausgehungert nach Frauen Aber ich hab ihm hab mich im letzten Moment rausgewunden Hab ihm gesagt Ich sei unpässlich Da wollte er mich mit der Zunge Das liebe er vor allem Also noch vor Marx und Engels Hab ich ihm eine gescheuert Aber nur weil's mir peinlich war Vor den anderen Die das gehört haben Dass er mein Blut lecken wollt So war mein Karl Dreist und frech Ein hoffnungsvoller Kader Aber Geendet hat's Als unser Sohn 84 Ins Gefängnis musste Sonst wär's immer höher Hinauf gegangen Karl war der Liebling der Partei Das war er dann auf einmal nicht mehr Obwohl er sich distanziert hat Von Robert Seinem Sohn Wir haben uns losgesagt Von diesem Kind Das so aus der Art schlug Spottverse zu dichten Auf das Was uns heilig war Im Ernst Sie lachen Ich tu ihnen leid Die Alte ist ja von vorgestern Bin ich vielleicht Aber vorgestern War auch ein Tag Und jetzt Red Karli Fang vorsichtig an Mit Meinem Namen Ich will dich noch einmal In diesem Leben hören Wie mein Name klingt Wenn du ihn aussprichst Ich will Dass du redest Mann Dass du es Maul aufmachst Wie früher Beschimpfen könntest du mich Drecksau Schlampe Mir doch egal Ich mach's Fenster auf Breite die Arme aus Und flieg Wie ne Taube Durch den schmutzigen Himmel Ich flieg Und flieg Bis ich über die Wälder komm Und bevor ich überleg Wo ich hin will Bin ich wach Sehe Karli an Wie der schläft Sieht so unglücklich aus Wenn man nur wüsst Was hinter so Einer Stirn Vor sich geht Man müsste das Aufmeißeln können Da oben Besser wär Ne Schrift Wie im Pino Die draußen anzeigt Was drin los ist Vorausgesetzt Die Dinger sind auf Wahrheit Eingestellt Und nicht zu beeinflussen Siehste Karl Dann kaufe ich jede Woche Neue Batterien Für deine Leuchtschrift Und alles wäre in Ordnung Mit uns Aber bis das erfunden ist Gibt's uns beide nicht mehr Bis dahin Müssen wir uns mit Reden Behelfen Aber du Schweigst Karl Und deshalb Gehe ich jetzt hinaus Aus diesem Schweigetod Ins Wörterleben Kann ja weghören Wenn's mir zu viel wird Aber das glaube ich nicht Ich werde das Trinken Wie süßen Schnaps Und wenn ich Lust hab Auf Schweigen Und Stille Komm ich dich besuchen Hörst du Karli Ja Ja Danke Allen Das sind ja sehr beeindruckende Texte Ich hab Dabei unter anderem mal Bei der Vorbereitung Und dann Als wir das dann noch trainierten Hast du so Gedanken gehabt da Was brauche ich James Joyce Ja Ich nehme lieber Jutta Petzold Oder auch den letzten Text Von Kolkiewicz Was brauche ich Den Ulysses Oder Finnegan Swake Und damit sind wir ja eigentlich Bei einem ganz interessanten Thema Des Literaturbetriebs Warum kommt jemand Im Literaturbetrieb Nach oben Und andere nicht Das könnte man ganz allgemein formulieren Dann wird es aber banal Denn hier haben wir ja Eine ganz andere Situation Menschen Die Nicht veröffentlichen durften Die schikaniert wurden Die Gefoltert wurden Im Gefängnissen In Verhören Mit 500 Wattlampen In die sie hineinschauen mussten Gefängnisliteratur Ist ja auch Eine Literatur Oder Literatur In solcher Situation Die es ja nicht nur In der DDR gab Sondern auch In vielen anderen Ländern Ich habe letztens mal Ein Text von Asli Erdogan gelesen Die ja auch Unter Erdogan Eingesperrt wurde Die haben nichts miteinander zu tun Die beiden Die haben nur den gleichen Namen Es gibt viele Bücher Und Texte Und viele Gefängnisse In dieser Welt Unmengen In den Literaten Es gab auch schon Einen Nobelpreisträger Der von seiner Regierung Aufgehängt wurde Was wird bekannt Was nicht Wie kann man das erklären Dass viele dieser AutorInnen Dann eben einfach doch Nur in Archiven sind Und jetzt eben So langsam Nach vorne kommen Also ich denke beispielsweise Darüber nach Als ich die letzten Jahre Die Bücher von Susanne Kerkhoff fand Die sind ja in so einem Ganz kleinen Verlag Peter Graf Das kulturelle Gedächtnis Erschienen Und interessanterweise Die werden auch rezensiert Also ich lese also Zumindest in den Zeitungen Die ich lese Ich behaupte Das sind die Besseren Darf ich vielleicht Es gibt auch noch andere Gute Aber sie werden rezensiert Da kommt etwas 50 Jahre später Auf einmal Kriegen wir möglicherweise Eine Chance Dass wir in den nächsten Zehn Jahren Mehr von dieser Literatur Erfahren Wie würdest du das sehen Kerstin? Das ist natürlich Eine Wette auf die Zukunft Es könnte sein Es könnte sein Es könnte sein Dass das Texte Aufgegriffen werden Auch von Menschen in Verlagen Aufgegriffen werden Die sozusagen Auch einen Dokumentarischen Wert Zu haben scheinen Und gewissermaßen Auskunft geben Über die Zeit Und die Bedingungen Ihrer Entstehung Das ist natürlich Auch abhängig von Erinnerungskonjunkturen Sag ich mal Etwas zynisch Und die Erinnerungskonjunkturen Sind natürlich von uns allen Auch mit zu beeinflussen Aber in gewisser Weise Auch von Zufälligkeiten abhängig Und ich wage da jetzt Keine wirkliche Prognose Ich könnte mir vorstellen Dass das zum Beispiel Jutta Petzold Zu sagen In eine Konstellation Gebracht wird Zu den Autoren Des Prenzlauer Berges Und zu der ganzen Szene Des Prenzlauer Berges Weil wir da Sozusagen Diese Revitalisierung Der Tradition Der konkreten Poesie Aus den 20er Jahren Haben Und den Versuch haben Sozusagen Mit einem Sprechen Jenseits der Alltagssprache Und auch jenseits Realistischer Muster Und Phrasen Sozusagen Eine Sprache Jenseits der Macht Zu etablieren Roland Barth Hat das Akratisch genannt Und das ist auch In der Literaturwissenschaft Aufgegriffen worden Und man hat dann gesagt Ja das ist Das ist sozusagen Ein Merkmal Des Prenzlauer Berges Und gleichzeitig War die Szene Natürlich massiv Von der Staatssicherheit Auch unterwandert Sascha Andersen Sascha Andersen Wäre da Wäre da Wäre da Das Beispiel Und Diese Impressario Figur Ibrahim Böhme An An die Du und Wir erinnert hast Passt da so ein bisschen Ins Bild Und Bei Jutta Petzold Hat man jetzt So eine eher Solitäre Position Wenn ich das richtig sehe Die Die sich sozusagen Nicht hat Korrumpieren lassen Und auch jenseits Dieser Dieser Szene Aktiv gewesen ist Aber das Das kann ich jetzt Gar nicht ganz genau sagen Aber ich könnte mir Vorstellen Wenn das da So eine Spannung So eine Spannung Entsteht Die vielleicht Eine Aufmerksamkeit Erzeugt Ines Wie würdest du das sehen? Ja Bei Jutta Petzold Auf alle Fälle Das muss nur eben Das Werk Überhaupt Das mal da sein Und Ich glaube Da Wir haben auf der einen Seite Noch einiges An Nacharbeit Zu machen Und Andererseits Gerade Diese sehr intensive Rezeption Von Susanne Kerkhoff Hat ja auch Gezeigt Dass da Einiges Gehörig Schief gehen kann Also Das Will mich da jetzt Nicht verbeißen Aber das Nachwort Oder auch So Wie Susanne Kerkhoff Im Grunde Vor zwei Jahren Rezipiert wurde Da ist ja Ihre gesamte Widerstandsgeschichte Hat überhaupt Keine Rolle gespielt Die ist einfach Weggestrichen worden Und Ob wir damit Wirklich glücklich sind Also wir machen es Dann passgenau Für den jetzigen Medialen Markt Und das Was die Tatsächliche Politische Geschichte Der Frau Darf dann Keine Rolle Spielen Das finde ich Schon sehr Sehr merkwürdig Also Gerade Ihre Ihr Mut In Berlin Sozusagen Ihre Jüdischen Freunde Über Jahre Zu verstecken Nur die Familie Die Kinder Waren Eingeweiht Also was Das bedeutet Hat Und das Durfte dann Aber überhaupt Keine Rolle Spielen Vor zwei Jahren Das finde ich Schon Ziemlich Fragwürdig Was wir Uns da Leisten Und Ich glaube Da Müsste es Korrekturen In verschiedene Richtungen Geben Und wir Sollten Auch Ein Auge Darauf Haben Dass es Nicht Einfach Praktisch Die Weggetränkten Wegerzählten In den Riss Von Geschichte Gefallenen Auf einmal Rezipiert Werden Nach Irgendeiner Mode Sondern Dass sie Wirklich In Ihrer ganzen Bandbreite Da Sind Das Fände Ich Schon Wichtig Ja Und Es Braucht Wirklich Entschiedene Förderer Also Ich denke Jetzt An Ganz Anderes Beispiel Aber Über Gefängnisliteratur Gibt es eben Doch Eine Klammer Also Walter Kempowski Hat Ja Seine Karriere Im Westen Nach Dieser Langjährigen Haft In Bautzen In den 1950er Jahren Nur Durch Fritz J. Radatz Beginnen Können Das heißt Es Braucht Wirklich Entschiedene Personen Die Sich Dann Auch Einer solchen Autorschaft Annehmen Und Das Dann Auch Durchsetzen Und Dies Dann Auch In einem Kontext Bringen Der Tatsächlich Dann Alles Abbildet Ich Ich habe Den Eindruck Dass Oft Die Gefahr Besteht Dass Entweder Nur Ästhetisiert Wird Oder Nur Dokumentiert Das 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 Ganz 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 Sehr Sehr Harschen Politischen Biografien Immer Noch Auch Ein Ausschluss Moment Sind Für Die Rezeption Im Literatur Betrieb Also Das Ist Wie Eine Zeichnung Der Stimmen Die Also Wo Wir Wo Man Immer Nur Wieder Erstaunt Darüber Sein Kann Was Für Kapsel Oder Kasten Oder Schachtelsystem Wir Menschen Verfrachten Die Einfach Ein Schicksal Haben Die Geschichte Haben Die Wirkliche Biografie Haben Also Erfahrung Haben Ist Für Literatur Markt Nicht Immer Gewinn Bringt Ja Und Es Ist Natürlich Über Jahre Hinweg Seit den 1970er Jahren Und Dann Nach Der Wende Auch Nochmal Sozusagen Unter Diesem Rubrum Unbelehrerbarer Antikommunist Verhandelt Worden Und Das Hat Natürlich Auch Mit Kulturellen Hegemonien Im Literaturbetrieb Zu Tun Ja Das Ist Mich Auch Ganz Lange Bis Auch Vor Kurzem Eigentlich Gar Kein Interesse Daran Gestanden Die Deutsch-Deutsche Geschichte Und Damit Auch Die Literatur Geschichte Als Teil Der Deutsch-Deutschen Geschichte Komplex Auch In Komplexe Weise Zu Bearbeiten Oder Auf Zu Erreiben Also Das Mahn Doch Jetzt Seit Genauer Zeit Verschiedene Prominente Stimmen Auch An Also Ich erinnere Jetzt Das Letztes Jahr Oder Vorletztes Jahr Wo Thomas Oberänder Dieses große Ost Festival machte An 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 Volks Bühne Da Jetzt Intellektuelle Von Mehr Und Seiten Sagen Wir Kriegen Ja Ein Großes Problem Der Dritten Generation Ost Weil Stimmte Dinge Gar Nicht Aufgearbeitet Wurden Weil Sie Einfach Weg Und Wir Gehen Jetzt Vorwärts Und Jetzt Merken Wir Dass Da Etwas Nicht Stimmt In Unserem Zusammenwachsen Und Da Spiel Doch Dann Die Literatur Meiner And Ich Auch Mit Ein Natürlich Auch Im Literatur Bezüge Da Ist Selbstverständlich Auch Kein Markt Dafür Weil Kein Interesse Bis Auf Wenigen Leuchttürmer Oder Thomas Reunig Rummelplatz Das war So ein Moment Aber Sehr Singulärer Moment Also Frage ich mich Jetzt Wenn ich So Hörer Man Es Nicht Ein Etwas Größerer Nicht Auf Den Literatur Bezüge Beschränkten Betrachten Für Dieses Problem Sondern Als Etwas Größeres In Der Deutsch Deutschen Geschicht Also Wenn wir Jetzt Nach Berlin Gehen Dann Kommen Ja Auch Mit Ich Gehe Ins DDR Museum Und Da Es Ein Sehr Eingeschränktes Bild Der DDR Vermittelt Aber Wenn man Wie ich Habe In meinem Bekanntenkreis Auch Einige Aus Der DDR Kommend Und Darüber Wird Mir Auf privater Ebene Komplexeres Bild Vermittelt Was Mir Aber Jetzt Nicht Schule Naja Klar Also Das Da Gibt es Praktisch Die 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 Geschichte Also Die Kultur Geschichte Und Die Wahrnehmung Und Es Gibt Die Politische Geschichte Und Merkwürdiger Weise Halten Wir Das Auch Sehr Auf Eigenartige Weise Oft Getrennt Und Im Hinblick Auf Die Politische Geschichte Gab Es Zunächst Mit 89 Erstmal Die Glückliche Einheitserzählung Und Auf Einmal Stellen Wir Spätestens Ab Mitte Der 90er Jahre Fest Okay Wir Sprechen Ost Und West Die Deutsche Sprache Aber Hinter Den Wörtern Sind Ganz Verschiedene Erfahrungen Ganz Andere Erfahrungen Und Das Ist Ein Sehr Erstaunlich Zäher Und Mühsamer Nachholprozess Und Wir Müssen Uns Darüber Jetzt Gar Nicht Lange Unterhalten Aber Ich Glaube Dass Herr Oberänder Die Kritische Literatur Also Diese Dritte Literatur Des Ostens Da Nicht Gemeint Hat Also Ich Hab Ihn Nicht Erlebt Mit Dass Dass Er Diese Weggesiebten Wegerzählten Stimmen Tatsächlich In die Rezeption Integriert Hätte Also Das Sind Ja Auch Es Gibt Ja Auch Binnen Ostdeutschen Streit Ja Über Das Was In Die Rezeption Hinein Gehört Und Was Nicht Das Sind Wir Sind In Konkurrierenden Erinnerungsfeldern Ja Und Leben Auch Sehr Konkurrierende Erinnerungen Aus Und Da Ist Dann Oft Entscheidend Wer Medial Sehr Stark Sein Kann So Oder Bestimmend Sein Kann Oder Prägend Werden Kann Also Erinnerungskonkurrenzen Ist ein Ganz Interessanter Begriff Ich habe mal erlebt In einer Veranstaltung In die ich hineingeraten war Im Kalibnichthaus Da traf sich Es ging eigentlich um NS-Prozesse In der DDR-Zeit Das war das Thema Aber das traf sich dann Ein Club Hauptsächlich älterer Menschen Und die sprachen von der Erinnerungsschlacht Also Wie Ernteschlacht Also Das heißt Das Konkurrieren von Erinnern Scheint ja Durchweg Immer wieder ein Thema zu sein Aber es gibt ja Im Publikum mehrere Die sich gemeldet haben Rainer Ja Mir geht noch die Frage Durch den Kopf Ob wir nicht auch Einen Aspekt nochmal Angucken müssen Nämlich Was macht eigentlich Das Verschwinden lassen In die Diktaturen Insgesamt so erfolgreich Weil das Was ich heute Gehörte Aber erinnert mich Sehr stark Auch an die Phänomene Die wir beobachten können Beim Verschwinden lassen Der Nazis Von bildenden Künstlerinnen Und Künstlern Da ist das gleiche Passiert Also die Die Künfte Die Dokumenta In den 20er Jahren Ausgestellt haben Waren auch in den 50er Jahren Nicht mehr da Und wir entdecken sie Heute erst wieder Das hat also noch Viel viel länger gedauert Und da stecken glaube ich Auch parallele Mechanismen dahinter Dass die Diktaturen So erfolgreich sind Mit dem Verschwinden lassen Diejenigen Die bekannt waren Und in der Auseinandersetzung Bekannt wurden auch Die sind nicht vergessen Aber diejenigen Die wirklich erfolgreich Verschwunden sind Die bleiben verschwunden Und das ist Finde ich Ein ganz wichtiges Thema Auch im Hinblick Auf das Was Sie am Anfang gesagt haben Wie sind eigentlich Die Mechanismen Ja und Rezeptionslinien Rezeptionskanäle Sind gesetzt Sind gelegt Durch Also wer Ich sag jetzt mal Ganz knapp Promi im Osten war Ja Konnte das oft Über 89 hinaus Verlängern Und die Die sozusagen Verhindert wurden Sie gab es nicht Es gibt die Lebensbrüche Es gibt die Brüche In den Also das spielt natürlich In diesem Werk genesen Auch eine große Rolle Ja dass du Es gibt nicht Nicht immer So einen Autor Wie Thomas Körner Der dann Ja so loslegt Und so ein Viel tausendseitiges Werk Hinsetzt Sondern Wenn du nicht Also schreiben Ist eine Geschichte Der Öffentlichkeit Und wenn du nicht Öffentlich Werden kannst Und Aufgrund Deiner politischen Geschichte Aufgrund Deiner ästhetischen Inneren Verteidigung Das ist Bei Jutta Petzold War das ja so Die ausdrücklich Else Lasker Die hat sich Von Westberlin Sozusagen Die Texte bringen Von den Freunden Und hat das alles Abgeschrieben Da gibt es die Schreibbücher Ja Minischrift Und Und hat sich Ganz ganz Ausdruck Für sie war War das Sozusagen Das Credo Es gibt alles Es gibt die Chinesische Mythologie Es gibt natürlich Die Antike Es gibt alles Nur was es nicht Gibt Ist die DDR Also kein Wort Und kein Bild Und kein Straßenname Und kein nichts Sondern Es ist ein Kompeten Also die Die schmeißt da Um sich Mit allem Also es ist wirklich Eine Poetin Vor der Welt Ja so Und Und dieses Das ist natürlich Auch Anzuschauen Du setzt Ein Ein Kosmos Und eine Sprache Die Überall Stattfindet In der Welt Nur nicht dort Wo du lebst Ja Das macht eben Also diese Diese strengen Synapsen Zwischen den Lebenswegen Und dem Was Verteidigung Deiner Ästhetik Deiner Stoffe Deiner Themen Betrifft Also diese Diese Wie eng Diese Ja diese Verzahnung war Unter den Bedingungen Der Diktatur Unter dem Druck Auch Das sieht man wirklich An diesen 100 Autorinnen Und Autoren Weil Die Die leben Oft Also weil das oft Sehr sehr harsche Brüche sind Ja Also ganz viel Suizid Ganz viel Krebserkrankungen Ganz viel Also das Alkohol spielt Eine ganz große Rolle Alkohol spielt eine große Rolle Also diese ganzen Versuche In irgendeiner Weise Diesem Druck Und diesem Zugriff Ein Stück weit zu entkommen Das spielt eine große Rolle In dem Leben auch Ja So und ich wollte nur sagen Es ist nicht so oft Dass es so eine Kontinuität Des Schreibens gegeben Oder so eine Entwicklung Ja Die du richtig siehst Mit den Figurenensembels Mit den Themen Mit den Ästhetiken Sondern es gibt dann Einen Text Und dann gibt es Ein großes Loch Es gibt einen Abbruch Also das sind sehr Fragmentierte Schreiben Oft Ja Die man Ähm Sieht In den Vor- und Nachlässen Ja Das ist ja auch Eine Erzählung Darüber Dass Ähm Der Druck Ein ganz realer war Was könnten die Hochschulen Dazu beitragen Ja Ich möchte Die Frage beantworten Und auch nochmal Auf das eingehen Was eben gesagt worden ist Also in den Wissenschaften Und auch in manchen Ja Politischen Diskussionen Wird ja moniert Jetzt nach den Post-DDR-Erfahrungen Auch und auch Mit den Gegenwartserfahrungen Dass die DDR Und die Menschen Die aus der DDR Stammen Und jetzt Sozusagen Als Ostler Markiert werden Dass da Immer wieder Der Westen Sozusagen Als die Norm Hingestellt würde Und dass der Osten Als das andere Als das Fremde Markiert wird Und davon Will man weg Das sind so Kulturwissenschaftliche Diskussionen Die natürlich auch Sehr richtig Und sehr wichtig sind Die aber Dann auf der einen Seite Zu richtiger Und wichtiger Historisierung Führen Aber natürlich auch Zu einer Relativierung Der Gewalttätigkeitsgeschichte Der Unterdrückungsgeschichte Der Diktaturerfahrungen Und Prozesse Die dann Sozusagen In eine große Geschichte Der Moderne Irgendwie hinein Integriert werden Und damit natürlich Auch nivelliert werden Frage ich mal Die beiden Schauspielerinnen Ihr habt jetzt Diese Texte Ja Vorher auch Nicht gekannt Bevor ihr Gefragt Bevor ich euch Das geschickt habe Wie ungewöhnlich Sind die Texte Für Texte Die ihr sonst Vortragt Nicht ungewöhnlich Also mir ist es so Gegangen Dass ich Diese Texte Die teilweise Etwas kryptisch Sind Nur in diesem Zusammenhang Mit den Stasi-Berichten Über die Autoren Und den Berichten Der Autoren Und Autorinnen Aus ihrem Gefängnis Oder Klinik Aufenthalten Ich brauchte das Also Im Kontext Gut Aber James Joyce Ist auch kryptisch Ja Genau James Joyce Ist ja Ja gut Ein sehr Für mich Sehr schwieriger Autor Ich habe da nie Reingefunden Also ich habe Ich habe es immer Wieder versucht Es gibt Zwei Autoren Die ich nie Reingefunden habe Das ist Also James Joyce Und Jetzt habe ich den anderen Vergessen Vielleicht besser so Der war so kryptisch Ich habe Komm noch drauf Also die Kontexte Sind dann Eine Sache Die ja doch sehr Wichtig wäre Also man muss Im Grunde schauen Dass man Nicht nur Die Literatur Sondern auch Die Kontexte Bringt Und damit sind Wir eigentlich Wieder bei dem Was ich am Anfang Von Markus Meckel Da zitiert habe Er sagte Er sagte Es wird ja oft so Ich finde Man baut dann immer schon Wieder so eine Komischen Ja Also der Westen Hört nicht hin Und irgendwie Es gibt Es gibt auch gerade Im Hinblick auf diese Unveröffentlichte Literatur enorm viel Abwehr Im Osten Ja Das muss man schon Auch mal sagen Also das Ist nicht so Dass es Selbstverständlich ist Dass wir Also ich finde Wir Ostdeutschen Sind dafür zuständig Es ist unsere Verantwortung Dass wir das sammeln Dass wir es Bereitstellen Dass wir Uns dazu verhalten Dass sie Also wenn es Sozusagen Zu verteidigen Die zeitigende Kultur des Ostens Gibt Dann sind es doch Zuallererst Nicht nur Aber diese Ja Die Von denen Klar sein muss Dass sie Das Beste sind Was wir haben Leute mit Rückgrat Mit Klarheit Mit Haltung Mit Die haben Die haben Sich verteidigt Die haben ihr Leben Verteidigt Die haben ihre Sprache Verteidigt Und das gehört Das ist unser Part Das zu lesen Anzuschauen Und In unsere Herzen Zu lassen Mich interessiert es nicht Ob es Weltliteratur ist Sondern Es ist ein Stück Unser deutschen Geschichte Ein Teil Und Ich 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 finde Wenn man das mal Genauer anschaut Eine Edeltraut Eckart Entschuldigen Sie Wenn ich das sage Ist für mich Die Sophie Scholl des Ostens Also die ist In den Endvierziger Jahren Verhaftet worden Verhaftet worden Wusste noch gar nicht Sie hatte die Idee Eine Widerstandsgruppe Aufzubauen Aber bevor das Überhaupt Wirklich Umsetzbar war War sie schon Verraten Und krepiert Mit Knapp 25 Jahren Im Gefängnis Also Das ist nicht Das Fallbeil Aber es ist Trotzdem Eine Geschichte Wo ich glaube Dass es gut wäre Wenn wir Wir sind seit 30 Jahren Ein Land Also ich finde Wir können es auch Nicht mehr Rüber und Rüberschieben Und sagen Das ist jetzt Ostdeutsche Geschichte Das ist unsere Geschichte Wir wissen ja auch Alle von Sophie Scholl Dann können wir Auch alle von Edeltraut Eckart wissen Also es ist doch Gar nicht so Eine Hexerei Ich finde Warum müssen wir Immer so eine Wolke machen Ehe wir Irgendjemanden Bereit sind An uns Ranzulassen Das ist doch Das ist eine tolle Frau Und die Menschen Die ich sprechen Konnte Die sie gekannt Haben Die mit ihr Das Abi Gemacht haben In Brandenburg Die haben gesagt Die hat uns Gefehlt Als es dann Als es zu Zeiten Der DDR Um Widerstand Ging Und die hat uns Vor allen Dingen Auch 89 Gefehlt Das ist ja auch Die Erzählung Ja Also das Wirklich Die Intellektuelle Substanz Ja Über die Zeit hin Auch ausgedünnt wurde Und nicht nur Die Ärzte Sondern auch Viele wichtige Gute Leute Weggegangen sind Und das fehlt Einfach nach wie vor Und das Brauchen wir Und deswegen Brauchen wir Auch diese Texte So sehr Ja Und Weil Das Das Schöne Finde ich Jedenfalls An dem Mal unabhängig Davon Dass es einen Selber so reich Macht Das kennenlernen Zu können Aber Es sind eben Auch Texte Bei aller Kryptik Ja Da gebe ich Ihnen Recht Ja Dass da Sicherlich Kommentare Nötig sind Ja Es sind Ja 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 Sie sind Die zu Zeiten Der DDR Entstanden sind Und nicht sind, wie die Sie gesprochen haben oder die Heidemarie Hertel, da wird die Wäsche aufgehängt und der Hund bellt und so, das ist doch auch Literatur und das ist auch ein Geschmack von Diktatur, also es gab auch einen Alltag, man hat auch auf der Wiese gesessen und das Bier getrunken und das ist eigentlich das, was meine Studierenden immer erzählen, sie sagen, was war denn eigentlich so brisant an diesen Texten, dass man dafür 25 Jahre Gefängnis, die erzählen von der Sonne, vom Himmel, vom Bier und dafür kriegt man praktisch so, also das ist ja, das muss man ja irgendwie erstmal erklären, also welche Brisanz Sprache in der Diktatur hatte und welche Brisanz die falschen Fragen haben konnten, ja, du stellst die falsche Frage und kommst ins Gefängnis, also dieses, was wurde hier eigentlich verhandelt, ja, dass es so ans Leben gehen konnte, das finde ich nach wie vor die Stärke dieses Materials, dass wenn man das verbindet, deswegen dieses, meine Bitte mit der Anthologie, dass wenn man Bild, also ein gutes Foto, ein Stück Biografie, wo hat das eigentlich stattgefunden und einen Text, hast du ganz viel erklärt über die Diktatur, ja, also weil unsere Studierenden, für die immer alles geht, die, wo, wo, die, die, die haben ihr Gerät, ihr iPhone, die können in jedes Land der Welt fahren, das machen sie auch, die, die kennen ja dieses, etwas geht nicht, gar nicht, vom Lebensgefühl her nicht und deswegen durch die Tatsache, dass wir doch einige und wirklich nicht wenige Diktaturen in der Welt haben, ist das als Material, so als Vorstellung, was das bedeuten kann, wie schnell es gehen kann, dass man eben bestimmte Dinge nicht mehr darf und was es bedeutet, warum eine Ukraine so sehr darum kämpft, genau das zu dürfen, nämlich zur Welt zu gehören, zu diesem Europa zu gehören. Jetzt kommen schon die Mücken hier, die letzten Mücken. Ich finde, dadurch könnte man so viel verstehen, auch in Schulen, also wenn man einfach ein Stück Biografie, ein Stück Text und ein Stück Leben nebeneinander stellt. Ich habe eine Frage, wie haben sich eigentlich die etablierten Autoren, die also im Osten sehr bekannt waren und ja auch im Westen sehr bekannt waren, also Stefan Heim, Christa Wolf, Heiner Müller, der ganz viel im Westen aufgeführt wurde. Wie haben die sich eigentlich zu diesen Autoren verhalten? Also gab es in der DDR einen Pen-Club, nehme ich doch mal an, einen Ost-Pen? Oder waren diese Autoren den etablierten Autoren bekannt? Denn heute ist es ja auch so, dass viele Autoren Solidaritätsadressen herausgeben für Autoren oder Autorinnen, die im Gefängnis sitzen. Hat es so etwas in der DDR gegeben? Writers in prison gibt es ja. Also es gab eben praktisch so jemanden wie den Vater, also Franz Fühmann, der junge Autorinnen und Autorinnen sehr gefördert hat. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt, haben wir geguckt bei den Fremdnachlässen, also meintalben bei Franz Fühmann, welche Namen tauchen da auf. Aber und nach 89, als wir öffentlich geworden sind mit dem Projekt, gab es einen Schriftsteller des Ostens, der dieses Projekt sehr bestätigt, immer wieder angerufen hat, gesagt hat, mach das, das ist wichtig. Das war Erich Löst. Ja, ansonsten gab es sehr harschen Widerstand und das hat natürlich, das kann man psychologisch sicherlich noch verstehen, 89, es geht um Deutungshoheiten, es geht um Reputationsverlust, wir haben das schon gesagt, wie ist das mit dieser ostdeutschen Literatur? Es gab ja am Anfang auch eine ganz massive Skandalisierung, ja, bestimmte Autoren, das wissen Sie noch, meintalben von Christa Wolf und ihre Stasi-Geschichte und insofern, ich glaube, dann kam Joachim Walter mit diesem wichtigen zentralen Buch, wo vielen Autorinnen und Autoren ja auch vor Augen geführt wurde, wo sie waren, was sie selbst gemacht haben und also das war ein schwieriger Vorgang und der war so ruppig, und also so auch eruptiv, dass es wirklich zu Abbrüchen gekommen ist und aus diesen Abbrüchen haben wir uns bisher nicht wieder in ein Gespräch hinein gearbeitet, was ja nötig wäre. Also es geht doch nicht darum, also man kann ja auch, erstens sowieso ist es eine ganz starke Schriftstellerin Christa Wolf, aber man kann bestimmte Dinge ja auch als Zeitzeugenschaften verstehen, ja, und man kann auch nicht ihr Leben, das ja viele verschiedene Facetten und sehr viele verschiedene Stationen hatte, nicht einfach so erledigen mit, sie war nichts anderes als Stasi oder so, das sind also diese Verkürzungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben, dort haben wir, wir haben kein Maß, wir haben kein Referenzsystem ausgebildet, in das hinein wir diese Literaturlandschaft uns gemeinsam erzählen und wo wir die Einzelnen verorten, ja, so, sondern die fallen dann irgendwie ins Loch, wir haben sie nicht mehr gern und dann haben wir sie eben nicht mehr gern und dann, was machen wir dann, ja, so, also es ist ein ganz merkwürdiger Vorgang und deswegen, vielleicht ist es gerade jetzt, ja, gut, es ist, ich finde es wirklich wunderbar, Herr Reichel, dass Sie diese Veranstaltung organisiert haben mit all der Mühe und der Sorgsamkeit und manchmal braucht es solche Veranstaltungen, dass sich was knüpft und man sagt, nee, da müssen wir nochmal nachlegen und dann, da gibt es doch wirklich nochmal fünf Fragen und wir haben jetzt heute neun, wir haben aber über 100, verändert, also es ist so ein Klondike der Texte, der eigentlich, das, was eigentlich zu entdecken wäre. Also, Sie sehen mich werbend, massiv werbend. Silvia. Zwei Punkte, gar nicht zum Abschließen oder Beenden, sondern einfach noch Impulse. Mir ist eben bei den Textfragmenten, die ja auch da waren, die ja auch bewusst so waren, ist mir Hertha Müller in den Sinn gekommen. Klar, ja, natürlich. Die, ja, glaube ich, auch eine Fürsprecherin sein könnte. Dann bin ich aber auch nochmal woanders, weil der Literaturbetrieb ja das eine ist, und Sie haben gerade das Stichwort Pädagogik gesagt, weil junge Menschen lassen sich auch Spurensuche begeben. Ja, ich habe jetzt erlebt, im anderen Kontext, dass mediale Spurensuche in Westfalen, da machen Neutklässler eine App mit dem Fahrradclub und fahren die die Bauernhöfe ab, in denen Magerspiegel versteckt worden war und setzen sich damit auseinander. Wer hat sie versteckt, geholfen, wie ist es ihr gegangen, wie sie da umherirren konnte? Warum bringt man nicht die Orte vielleicht mit den Partnerstädten hier in Verbindung, wenn die Möglichkeit besteht und lässt entdecken? Verordnet nicht was von oben und ihr müsst die jetzt auch ernst nehmen, sondern lasst doch entdecken von jungen Talenten. Also da fände ich noch eine interessante Weiterarbeit. Weil es ja auch noch was anderes ist, gerade junge Menschen ihre gemeinsame Geschichte entdecken zu lassen. Vielleicht ist es auch was für ein Literaturwettbewerb der Kulturstiftung der Länder, auf Spurensuche zu gehen oder für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Also dass man was auslöst und zur Beschäftigung damit ermuntert, jenseits von Buchholz. Also ich habe im November ein Gespräch in Solingen in dem Haus der verfolgten Künste und will das eben auch da ansprechen. Ich bin die Vorsitzende des Förderverhalts. Ah, okay. Achso, achso. Okay, okay. Also heute können wir ja mal darüber sprechen. Also das schwebt mir vor. Also deswegen wollte ich gern zu Ihnen kommen. Das ist ein bisschen paradox. Manchmal fügen sich die. Ja, ja. Nein, ich finde den Zeitpunkt gar nicht schlecht. Also ein paar Dinge sind vielleicht verraucht, man kann neu ansetzen. Das Material ist nicht vollständig, aber es ist doch sehr umfassend. Es sind ein paar 80.000 Seiten, die kann man ja erst mal entdecken lassen, das sehe ich auch. Und es ist aber auch auffällig, dass die, die sich bislang interessiert haben, sind italienische, französische, kanadische, spanische, Germanist, meistens sind es Germanistinnen. Wo sind denn die Deutschen? Also es ist ja komisch. Ja, da hätten wir jetzt noch eine ganz andere Schiene, auf der wir weiterfahren könnten. Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt etwas über zwei Stunden und da kommt natürlich auch eine gewisse Müdigkeit möglicherweise dazu, oder nicht. Dann bitte ich um... Ja, eine Frage habe ich noch, was ich nicht verstanden habe. Warum gibt es, wie sieht das an, bedeutet, damit Austauschstand widerwillen, bis Widerstand gegen diese unterdrückten Manuskripte und Autoren, Autorin, verstehe ich nicht? Naja, es ist natürlich die kritische Geschichte des Ostens. Und wo sind wir im Moment, im Hinblick auf Ostdeutschland und Aufarbeitung? Und da gibt es schon größere Defizite. Ja, und da wird, also wenn Sie im Moment Veranstaltungen machen zum Osten und sagen, Diktatur, da müssen Sie schon ganz schön gegenhalten. Also die Dinge verrutschen oder dieser hart umkämpfte Begriff Unrechtsstaat. Also wir haben ja Ministerpräsidenten in diesem Land, da ist am 13. August, wie in Thüringen, ist es der Unrechtsstaat und am 3. Oktober ist es nicht mehr der Unrechtsstaat, weil dann ist es zu nah am Nationalsozialismus. Also wenn wir so mit Geschichte umgehen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Jungen, und das ist unser Problem, die drei Generationen ohne Diktaturerfahrung mittlerweile sind diejenigen, die im Osten die AfD ermöglichen. Also das sind unsere Aufträge, die wir haben. Und dazu kann ich auch sagen, ich arbeite ja auch viel mit der Bundesstiftung Aufarbeitung zusammen, die ja auch dies hier mit unterstützt. Und die Anna Kaminski, die Geschäftsführerin, die hat mir erzählt, was sie da teilweise für Mails kriegt und was da teilweise für Anwürfe kommen. Ihr macht hier alles schlecht, was vorher da war. Da werden auch Dinge, da prallen Dinge aufeinander und es sind Begriffe, Unrechtsstaat ist ja nur einer davon, Begriffe, wie das beim Faust steht. Begriffe lässt sich betrefflich streiten, mit Begriffen ein System bereiten, aber das führt natürlich noch nicht zu einer Klärung. Und wenn dann die Bereitschaft einfach nicht da ist, dann hat man schon ganz schön zu tun, diese hinzubekommen. Na, das ist eine große Frage. Da werden Biografien auf massivste Weise umgeschrieben und auch Geschichte. Wie lange hat die Erinnerungskultur in Westdeutschland auch gebraucht in der Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit? Jahrzehnte. Aber umso wichtiger wären solche Projekte, die ja auch wirklich was fixieren. Fest, es geht ja wirklich um, wir streiten wirklich um die Realität eines Systems und wir sind in der Phase der Derealisierung. Das ist einfach Fakt. Und es gibt natürlich auch unterschiedlichste, nicht nur politische Interessen, sondern auch biografische Sehnsüchte nach Unschuld und nach, ja, es soll doch möglichst alles ein bisschen anders gewesen sein, ja. Da sind wir beim Postdiktatur-Thema und beim Postdiktatur-Thema gibt es ja auch eine bestimmte Postdiktatur-Literatur, wo man das dann auch wieder findet. Also in unterschiedlicher Form. Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt die zwei Stunden, wir können noch tausend Sachen besprechen, vielleicht machen wir das auch ein andermal nochmal zu diesem Thema. Ich will jetzt nur zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, hinten kann man noch diese Bücher holen. Vielleicht ein paar Sätze zu anderen Produkten dieses Jahres, schöner neuer Himmel, oder? Produkten? Ich mache keine Produkten, ich schreibe Bücher. Und so sind sie dann auch ein Produkt, da können wir sie nämlich anfassen, sind abtisch. Ja, was soll ich da jetzt sagen, also schöner neuer Himmel ist eigentlich die Geschichte. Also wenn Sie fragen, ja, ist doch eigentlich alles klar, aber das ist zum Beispiel so ein Buch, da habe ich fünf Jahre in sechs, sieben verschiedenen Archiven gesessen und mich gefragt, warum haben wir die Militärgeschichte des Ostens noch, also die Biomedizin, was ist eigentlich, was für ein Körper sollte da eigentlich am Ende rauskommen aus so einer Diktatur? Und da geht es um den Himmel, ja, und das sind ja alles so Fragen, die so eine merkwürdige Renaissance haben, also im Moment der Himmel, Elon Musk und Putin, ja, also wir sind, das ist schon, also alles, was wir nicht sauber anschauen, das holt uns wieder ein, ja, so, und das ist ein sehr präzise recherchiertes Buch um diesen Körper, also eigentlich um diesen neuen Menschen, ja, also man wollte einen nicht mehr organbezogenen Körper kreieren, der im Himmel nicht nur den Kommunismus ausruft, sondern da oben auch sich aufhält, forever möglichst und man wollte natürlich der Erste sein und dann sieht man schon auch eine Forschung, eine Verzahnung von Militärforschung und ziviler Forschung, die schon auch hochgradig kriminell war und das ist ein Forschungsneuland, wo man so denkt, es ist schon ein bisschen merkwürdig, 30 Jahre später, dass wir da noch nicht waren, ja, so. Und auch interessant, weil in dem Buch auch geschrieben wird, welche Archive da sind, welche Archive nicht da sind, welche Archive noch nicht entdeckt wurden, da gibt es noch ganz viele Unwägbarkeiten, also auch noch viel zu entdecken, also kann ich nur empfehlen, das ein oder andere Buch mal mitzunehmen und zu lesen, also ich kann sagen, als ich angefangen habe, mein erstes Buch war die Unkämpfte Zone, da haben wir uns drüber dann kennengelernt und ich muss sagen, dann bin ich ja beigeblieben und das möchte ich auch Ihnen allen wünschen. Ich will jetzt zum Abschluss einfach noch euch allen danken. Also dann allen denen, die gekommen sind und an der Sache interessiert sind und sicherlich auch noch das ein oder andere weiter erzählen und natürlich auch all denen, die hier die Technik gesichert haben. Ein Kollege vom GSI hinten hat dafür gesorgt, dass Aufnahme klappt und dann gucken wir uns das an. Und ob das ganz ohne Schneiden geht, weiß ich nicht, aber wir werden es auf jeden Fall dann auf den YouTube-Kanal draufpacken und ich werde darüber dann natürlich informieren, wenn wir unsere November-Ausgabe rausbringen vom Demokratischen Salon. Schauen Sie mal rein, da finden Sie auch noch andere Dinge und ich würde Ihnen jetzt erstmal allen wünschen, dass Sie sich noch einen schönen Abend machen. Wir haben jetzt das leider mit dem Sekt irgendwie nicht hingekriegt, aber wie auch immer. Ich hoffe, das lässt sich dann noch anderweitig regeln. Sie können alle noch hier ein bisschen dableiben, miteinander reden oder sich auf andere Dinge da noch kaprizieren. Und wenn Sie noch weitere Fragen dazu haben, zu diesem Thema, auf meiner Internetseite steht ja auch die E-Mail-Adresse des Demokratischen Salons, schicken Sie es. Ich leite das dann auch weiter, sodass dann Fragen dann beantwortet werden können und Rückmeldungen möglich sind. Also Ihnen ganz herzlichen Dank allen und nochmal, es war, fand ich, ein toller Abend. Danke. Applaus Vielen Dank.